Ich bin wieder auf Tour, liebe Mutzis. Das als kleine Verkündigung ganz am Anfang. Und jetzt dann gerade, also ab Oktober. Im Oktober geht es wieder los mit meiner Zero Tour. Und wenn ich sage wieder los, dann sage ich zum letzten Mal los. Weil die paar Tourtermine, die wir jetzt noch haben, kommen vielleicht noch zwei dazu, ist noch nicht ganz klar. Aber was jetzt halt gerade so online ist, das ist sicher. Und für die Tourshows, sagt man das so? Nein, ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Für die kann man Tickets kaufen auf www.joel-von-mutzen-becher.ch oder der Link hier in den Shownotes. Und kommt vorbei. Es wird ganz, ganz geil. Das sind die letzten Termine. Also wirklich sind es die letzten. Darum, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wenn ihr es nochmal sehen wollt, es hat sich natürlich verändert. Kommt vorbei, tolle Support-Acts auch dabei. Alles mögliche an wirklich la crème de la crème von der Schweizer Comedy, wo sich bereit erklärt hat, bei mir Support zu spielen. Matteo Gutenrath, Josep Britsa, Leila Ladari, Teddy Hall, Bache Matelae. Also wirklich hohe Qualität. Abgesehen von mir. Darum kommt vorbei, jetzt ein Ticket zu kaufen auf www.joel-von-mutzen-becher.ch Und jetzt viel Spass mit der heutigen Folge. Ich glaube, darum sollte man immer noch etwas dabei haben, zum Umziehen. Aber man schlägt so viel Scheiss mit. So viele Bönen, Schuhe. Ich habe jetzt auch einfach diese Schuhe mitgenommen, damit ich sehe, das wird wahrscheinlich nicht mal gefilmt. Man sieht es, warte, in der Totalen. In der Totalen sieht man es. Tan 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 tan. Einfach, dass es sich gelohnt hat. Das ist gut. Das ist gut. Aber ich habe auch Bönen-Schuhe. Man braucht es ein wenig für das Feeling, aber am Ende des Tages würde es wirklich nicht viel ausmachen. Aber dann habe ich eine Phase gehabt, in der es mir egal war und dann bin ich auch an so TV-Sendungen gegangen mit meinen Turnschuhen und Socken draussen und Jeans. Und wenn du dann so Fotos siehst von allen Leuten, die sich mega Mühe gegeben haben, sich anzusehen, weisst du so die Schuhe orange, das T-Shirt orange, die Hose blau, irgendwie der Hut blau. In Deutschland ist es ja noch krasser. Ich so, oh shit. In Deutschland kommen sie ja dann noch mit den fancy Glitzer-Sachen und so und dann fühlst du dich so underdressed und denkst so, oh. Aber kennst du Christoph Fritz? Der Österreicher? Der kommt wirklich einfach, aber wirklich wie ein Schulbub. Einfach, was er an diesem Tag anhat und so geht auf die Bühne und am nächsten Tag geht er etwas anderes an. Aber ich finde es für Stand-up-Comedy halt wirklich eigentlich nicht wichtig, dass man gut angezogen ist, ehrlich gesagt. Nein, es geht nicht um gut, es geht ja mehr darum, dass man in irgendeiner Art und Weise, er sieht ja aus wie ein Schulbub. Ja, absolut. Er kommt eigentlich auch noch mit dem Kindergarten drehen, ich äckle. Ja, wirklich. Einmal bin ich mit dem Auftreten, der hat wirklich so einen Pulli angehauen, so breit gestreift in vier verschiedenen Farben. Aber wirklich, wie sind das auch sie? Ja, noch mit dem Schulranzen. Aber es ist wirklich eigentlich für das Stand-up überhaupt nicht wichtig. Aber es ist halt einfach schön zum Anschauen, wenn man in so einer glamourösen Open-Sendung dabei ist. Und du bist einfach wirklich der Einzige, der mit den Turnschuhen, die du gestern mit dem Hund noch im Wald gesehen bist, der hast du nicht einmal geputzt und dann denkst du so, okay, maybe I need to step up my game. Es ist Teil vom Konzept. Ich meine, der Oli Polak ist ja immer mit einem Kaffeebacher auf der Bühne gestanden. Und er hat wirklich ausgesehen wie kurz vor Penner. Es ist sicher nicht Teil von meinem Konzept. Es ist Teil von meinem Lebenskonzept, dass einfach immer, schon als ich auf der Versicherung gearbeitet habe, hat mir einmal einer von den Versicherungsberatern gesagt, du hast ja auch auf der Versicherung gearbeitet, oder? Yes. Und die sind ja alle im Anzug, normalerweise. Also die Berater. Ja, die Berater schon, ja. Berater. Die Verkäufer nicht. Nein. Wobei bei uns, ich weiss nicht, ob ich sagen kann, bei welcher Versicherung ich arbeite, auf jeden Fall bei einer angesehenen Versicherung. Und einer hat mir mal gesagt, ich sehe aus, als ob ich am Morgen in den Schrank reinlaufe und alles, was hängen geblieben ist, habe ich einfach angezogen. So wie ein Friends, der Joey, wo er alles von den Scherz anzieht. Echt alles. Ja. Ich bin einfach am Morgen unzurechnungsfähig, ich glaube die ersten zwei Stunden. Und dann, ich ziehe einfach an, was mir gerade warm geht. Wullensocken. Ah, völlig berechtigt. Ja, gell. Yes. Sind wir schon drin? Wollen wir anfangen, oder sind wir schon drin? Ja, gar nicht. Ich bin schon ein Kanzlos-Heini. Jacke wie Hose. Also. Auf jeden Fall, schön bist du da. Danke, dass ich jetzt auch da sein. Sehr, sehr gerne. Wie geht's? Hey, gut. Mega gut. Es ist mir, glaube ich, selten so gut gegangen im Leben. Wirklich? Ja. Was eine gute Voraussetzung ist für den Podcast. Für viel gut. I already feel good. Das ist sehr gut. Ist das eigentlich der Podcast, dass man hier hinkommt und you make us feel good? Der Produzent lacht. Das heisst nein. Es ist ein bisschen beides. Also, es hat wirklich so... Ich denke immer an Jan Billeter. Das ist so ein schöner Talk gesehen. Und ich habe ihn per Zufall nachher noch im Parking gesehen. Und so im Parking, ich fahre so mit dem Auto raus, läuft er irgendwie gerade da rein und sagt, Hey, nur schnell, ich habe es gerade nochmal überlegt, ich fühle mich jetzt wirklich besser. Nee. Das habe ich so hart gefunden. Und andererseits halt, was Leute schreiben, das Ziel ist schon, dass man sich nachher nicht schlechter fühlt. Wäre jetzt genau, weiss ich nicht. Also es ist nicht so wie Dr. Phil, dass du Leute hier reinholst und sagst, die Ex-Freundin, die Ex-Freundin. Ja, genau. Oh, da bist du der Vater. So, what I want to talk about. We've brought you here today, because we heard. You are not the father. Kennst du Adam Ray als Dr. Phil? I love. Das ist so lustig. Dr. Phil, Adam Ray, Dr. Phil. Aber Adam Ray, er macht ja auch das Ding. Joe Biden. Joe Biden. Der ist jetzt wie vorbei, der ist jetzt nicht mehr so ein Thema. Gut, jetzt ist er noch kurz Präsident. Ja, ich glaube, aber Dr. Phil ist ja auch eigentlich vorbei. Der Dr. Phil ist ja irgendwie auch. Ja, aber anders. Also weisst du, ich meine, der Dr. Phil kann eine eigene Show tragen. Ja. Als Joe Biden kannst du nicht eine ganze Show machen. Dann kann ich mal ein Interview tragen. Aber ja. Sehr empfernswert, Dr. Phil. Dr. Phil live, oder wie sie es nennen. Sehr funny. Ich finde ihn vor allem einfach so, wenn du so im YouTube eingehst, best of Adam Ray, Dr. Phil, so Kill Tony. Ja. Mein absolute Comedy-Love. Definitiv. Und Shane Gillis als Trump hat jetzt auch sehr, sehr gerne Glück. Ja. Nein, darum, das Ziel ist, dass man sich grundsätzlich besser fühlt. Aber du fühlst dich schon gut? Ich fühle mich sehr gut. So gut, wie ihr seid, in deinem Leben? Ja. Wagen? Hey, ich bin mir nicht sicher, ob es die Hormone sind. Ich bin ja schwanger, big news. Yes. Man sieht man es, nein. Man sieht die Schuhe nicht, man sieht den Ranzen nicht. Ah, ich habe etwas Schwarzes an. So, vielleicht noch besser. Man sieht es an der Brust. Entweder Schönheitschirurgie oder schwanger. Ja, also dort sind die ersten Kommentare gekommen, bevor überhaupt der Bauch angesprochen wurde. Ah, mega angenehm. Ja, ich komme darauf an, was es sagt. Ja, so toll, dass mir einfach das Brust kommentiert wird. Also bevor ich überhaupt gewusst habe, dass ich schwanger bin, hat mein Freund gesagt, deine Brust sind riesig geworden. Und dann ist es so, hmm, wahrscheinlich irgendwie Hormonschwankungen. Ja, und dann hast du gemerkt, definitiv Hormonschwankungen. Und dann definitiv Hormonschwankungen. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass die Schwangerschaft definitiv einem gute Hormone geben. Ja. Ich fühle mich sehr relaxed. Was mega schön ist, weil es kann ja verschieden laufen. Das heisst, bis jetzt kannst du sagen, good pregnancy. Ja, voll. Also, ich glaube, die Hormone machen, also, dass es mich, es relaxt mich. Also, es stresst mich nicht so viel so fest, ausser wenn natürlich ich irgendwie etwas habe, wo ich Panik habe, dass mein Baby etwas ist. Aber sonst, ich fühle mich extrem wohl, glaube ich, dort im Leben, wo ich jetzt bin. Mega schön. Ja, voll. Und darum stressen mich, glaube ich, weniger Sachen, als mich sonst stressen würde. Also, wenn irgendwie etwas passiert oder ich irgendwie, ähm, Stress bei der Arbeit habe, dann stresst es mich nur bis zu einem gewissen Level. Ich glaube, ich glaube, das ist so vielleicht biologisch, dass es dann einfach… Prioritätenverschiebung? Ja, Prioritäten haben sich, glaube ich, definitiv verschoben. Ich meine, es ist ja etwas, äh, lebenseinschneidend, klingt so negativ, aber es ist etwas lebensverandertes. Mega. Wo es eben wahrscheinlich auch neue Perspektiven gibt, wo man so merkt, aha, so richtig ist jetzt das Problem. Auch nicht. Obwohl, ich habe das Gefühl, es ist gar nicht so logisch, weil es wirkt alles noch surreal. Ja. Also, ich glaube, das Bewusstsein, dass jetzt wirklich dort etwas drin ist, wenn es jetzt klingt oder so, dann hat man so einen Gänsehautmoment und denkst, oh mein Gott, es ist wirklich etwas dort drin. Und sonst ist es noch komplett surreal. Ich kann es mir wie gar noch nicht vorstellen. Und ich glaube, vielen Leuten… Also, ich habe gehört, dass wenn du dann gebärst oder so, dass Leute schon gesagt haben, oh mein Gott, you're real. Das ist wirklich jetzt ein Baby, das da rauskommt. Ich glaube, man schnallt es noch gar nicht, aber der Körper hat einfach umgestellt. Du schaust auf ganz andere Sachen. Eben, es sind andere Sachen wichtig. Nicht einmal auf einer logischen Ebene, sondern auf einer biologischen Ebene. Ja. Habe ich das Gefühl. Das ist fast ein Wortspiel. Nicht logisch, sondern biologisch. Nicht logisch, sondern biologisch. Quote me bitches. Wie viele Wochen, Monate? Ah, Gott, shit. Darf ich auf meiner App nachschauen? Ich bin so ein absoluter Anfänger, was das Zeugs anbelangt. Also Achtung, SSW? Schwangerschaftswoche. 24. Wow. Mein Baby ist ein ... Ah, shit. Ich weiss nicht mehr, wie das auf Deutsch heisst. Was ist es? Eggplant. Eggplant. Oberschiene. Oberschiene, ja. Es ist Penis Emoticon. Kannst du es sagen. Und dann schickst du das im WhatsApp so. Ah, mein Baby ist jetzt gerade ... Ein Schwanz Emoticon. How big is your baby at 24 weeks? Aber Oberschiene sind ja mega verschieden gross. Voll. Die Oberschiene, die meine Mutter im Garten hat, sind tiny. Aber das sind auch öko, bio Oberschiene. Aber die, die dann den Migros findest, lag du mehr. Ich glaube ... Nein, so gross kann das nicht sein. Okay, moving on. Also, SSW 24. Ja. Man sagt, glaube ich, den fünften Monat einfach. Den fünften Monat. Wir sehen den fünften Monat. Und wir wissen schon, was es gibt. Wirklich? Aha. Ja. Sagst du es, oder? Ich weiss gar nicht. Ich mache voll kein Geheimnis draus. Ja. Gibt es keine ... Gender-Reveal. Gender-Reveal-Party. Und dann sagst du am Schluss, aber es ist eigentlich eh egal. Weisst du, es gibt doch so Videos, die mega rauszögen. So, Boy, no it's gone, no it's gone. Nein. Also, der big Gender-Reveal war, dass ich nach Hause kam, weil es mein Partner gesagt hat. Ja. Und es ist, was er sich gewünscht hat. Oh, das ist schön. Ja. Und andersherum wäre es wahrscheinlich auch schön gewesen. Also, weisst du, das ist ja ... Hey, ich glaube, andersherum hat er sich Sorgen gemacht, dass er nicht ... ... gerecht werden kann. Oh, okay. Und dann habe ich gedacht, oh nein, jetzt macht er sich Sorgen. Ja, und dann geht das Ping-Pong los. Ja, genau. Ja, okay. Für mich ist es wie ... Ich habe genau gewusst, wenn es heisst, es ist ein Mädchen, freue ich mich, aber dann bin ich traurig, dass es kein Junge ist. Ja. Ja. Und wenn es ein Junge ist, dann freue ich mich, dass es ein Junge ist. Und ich habe fünf Jahre lang drei Junge gehütet. Und dann hätte ich schon ein bisschen gewusst, auf was ich mich einlasse. Ja. Auf das Desaster, das ich mich einlasse. Ja. Bei Mädchen weiss ich es nicht. Aber ich habe dann auch gedacht, oh, aber ein Mädchen wäre auch schön gewesen. Ja. Und ähm, es ist ein Mädchen. Ja. 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 Und das ist wie für mich ... Also ja, es ... Ich war so ein Bubenhaftes Mädchen, selber. Ja. Dass ich gar nicht jetzt irgendwie denke, okay, ich kann mit diesem Mädchen jetzt meine Nägel machen. Ich mache meine Nägel nicht, aber weisst du, was ich meine? Ja. Ja. Du kannst jetzt irgendwie ... Ähm, Frisuren, ich habe auch keine Frisuren. Ich glaube, ich kann sowieso sehr wenig Mädchen Sachen. Es ist mir gerade gut, wenn es ein wildes Mädchen wird. Aber ... Ich kann mir gar nicht vorstellen, was jetzt der grosse Unterschied ist. Also ... Ausser die Periode. Irgendwann. Ja. Aber ich habe Fussball gespielt als Mädchen. Ja. Und bin wild gesehen und wollte immer Bubenkleider anziehen. Darum habe ich jetzt nicht das Bedürfnis, dass ... ... alles pink wird. Es wird wahrscheinlich eine mega Mädchen, Mädchen. Nur damit, weil ich jetzt das Gefühl habe, es wird nicht. Mädchen, Mädchen. Aber am Schluss wird es eh einfach ... Ich habe keine Ahnung. Genau. Es kommt eh, wie es kommt. Ja. Es ist so ein blödes Nidsprechwort, aber ... Ja. Voll. Und eben, es kann ich auch ... Also eben ... Ich weiss nicht, was macht das für einen Unterschied? Die Leute sagen, Buben sind wilder und sind so Kamikaze, kleine Kamikaze, Selbstzerstörer-Dinger, dass du die ganze Zeit davor abhalten musst, sich selber zu zerstören. Genau. Und Mädchen sind weniger das, aber ... Jetzt habe ich anscheinend aufgehört zuzulassen. Am Schluss ist es eh mega individuell. Du hast Erfahrung mit Kindern, oder? Ja, was heisst Erfahrung? Also ... Es ist einfach so ... Ich bin dreifache Götti. Also einmal sind es drei Mädchen. Einmal sind es zwei Mädchen. Einmal sind es zwei Buben, wo jetzt auch noch mal ein Mädchen dazugekommen ist. Okay. Das ist aber wirklich noch Baby, Baby. Und also ... Es ist logisch, wie ist alles immer viel und anstrengend und so. Ja. Also ich meine nicht negativ, sondern halt einfach ... Es ist halt einfach so. Es sind halt Kinder. Ja, ja. So. Und ... Janik hat ein Mädchen und ein Bub. Aber zum Beispiel, was ich natürlich jetzt schon sehe, ist einfach so, wenn ich auf Besuch bin ... Und gut, jetzt ist das Mädchen noch dort, aber das ist wirklich Baby. Das heisst, bis jetzt ist Erfahrung gewesen, zwei Buben. Ja. Und das ist wirklich einfach so. Einer rennt einfach konstant in die Wand. Ja, ja, ja. Aber grundlos. Ja. Er rennt los und irgendwann macht es BOOM! Ja. Und dann ist in die Wand gerannt. Und niemand weiss genau, warum. Genau. Aber ihn stresst es auch nicht. Ja. Aber so. This is him. Genau. He identifies as ... Der Wanderer. Abrissbirne. Ja, ja. Abrissbirne. Genau. Darum, es ist ... Es ist mega ... Ja, es ist so individuell. Ja. Und lustigerweise ... Meine Erfahrung ist fast noch stärker als Götti, weil ich die Kinder nicht so oft sehe. Das heisst, ich habe ja dann immer im Kopf, wie hast du es gesehen, so die letzten zwei, drei Mal, wo ich sie gesehen habe. Und es ist faszinierend, wie innerhalb von ein paar Monaten, natürlich nicht der grundsätzliche Charakter, aber wie sich halt einfach mit Phasen, auch wieder etwas ändert. Ja. An dem Tag, wo du so sagst, okay, das ist ... Ja, heute ist es so gewesen, aber du hast es vielleicht nur an dem Tag so gesehen. Und dann hast du das wieder in deinem Kopf und so. Stimmt, dann hast du das wirklich gefixt, ja. So sind sie dabei, ist es einfach an dem Tag gesehen. Genau. Hey, eben du, ich bin einfach offen für alles. Ich hoffe einfach ... Ich glaube, es gibt gewisse Sachen, wo ich dafür bete, dass es so kommt. Also, ich habe sicher schon dafür gebetet, dass es glücklich, ein glückliches Kind ist. Ja. Und dass es gesund ist. Und das ... Das ist irgendwie auch schon ... Mehr habe ich jetzt auch nicht mehr gewünscht. Ich hoffe, dass ich es gut mit dem Kind habe, dass ich es gut mache. Ja. Und das ist dann irgendwie auch alle Erwartungen oder Hoffnungen, die ich habe. Und ich hoffe, dass ich nicht so schlimm überliebe, wie ich es mit meinem Hund mache. Weil mein Hund ... Also, mein Freund sagt immer, ich bin richtig desperate für die Liebe von meinem Hund. Ja. Also, es ist wie so, ich kann nicht an einem durchlaufen, ohne dass ich nicht ... Du bist herzlich schön! Schön vor werden! Und ... Es ist so ... Ich habe so eine Liebe, wo ich nicht damit schlagen komme. Ich kann es wie nicht ... Normal. Er ist dann irgendwie so ... Er kommt zu mir liegen und dann kann ich ihn nicht streicheln und ... So, dass er aufsteht und geht. Ja. Und ich habe ihm dann nachgelaufen. Und meine Freunde sagen, jetzt lass doch den Hund, er will jetzt nicht! Und ich hoffe, dass es nicht so eine grosse, überfordernde Liebe ist. Ich hoffe, dass es wie aufgeteilt wird, zwischen Hund und Kind, sodass es wie erträglich wird für beide. Da mache ich mir keine Sorgen. Das kommt sicher gut. Ja. Ja. Ich glaube, in den Serien sieht man so Jewish Moms, die so übermässig ... Weisst du so? Dann gehen sie, wenn irgendwie der Lehrer etwas Falsches gesagt hat, dann gehen sie in die Schule und setzen sich davon. Ich habe Angst davor, dass ich so werde. Ich bin ein bisschen aufgewachsen. Wie nennt man das so überschwänglich? Wir haben immer gefunden, eine Löwemutter. Löwemutter. Fuck. Ich glaube, so eine werde ich. Scheisse. Ich habe wirklich Angst davor. Ich habe wirklich Angst davor, dass ich dem Kind eine Geschichte vorlesen will und das Kind sagt, Mami, ich will alleine etwas lesen. Und ich gehe dann raus und brüllen und meinem Partner sagt, ich habe doch etwas vorlesen wollen. Es ist völlig verständlich, dass du dir jetzt so Gedanken machst, aber das kommt sicher ... Es klingt wie ein Floss, aber es kommt sicher gut. Okay. Von Tag zu Tag ist es wieder etwas anders. Und auch wenn du 20 Mal vorlesen willst, willst du vielleicht einmal nicht vorlesen und dann ist es vielleicht auch okay. Ich hoffe es. Ich habe grosse Hoffnungen. Also es hat mir geholfen, ich habe eine Studie gelesen, dass du nicht zu viel Liebe geben kannst. Das geht nicht. Es hat keinen negativen Einfluss. Du kannst zu viel machen, zu viel abnehmen. Ja. Das solltest du nicht. Aber überlieben kannst du nicht. Emotional überlieben, das hat keine negativen Folgen. Da bin ich schon mal froh. Und dann haben die Leute gesagt, hey, du wirst einfach so kaputt sein, dass du gar keine Lust mehr hast oder das Kind nervt dich. Da habe ich grosse Hoffnung dafür, dass hoffentlich das Kind mir dann auch nervt und ich nicht 24 Stunden an diesem Kind kleben werde und alles will machen mit diesem Kind. Aber ja. Sodass das Kind sich auch mal feel good, nicht nur ich. Ja, aber sicher. Ist das in diesem Fall das erste feel good? Würden wir das jetzt so als Gesamtes nehmen? Schwangerschaft? Ja. Feel very good. Ja. Nicht so geplant wie geplant. Ja. Es ist sicher früher noch passiert als geplant. Als ich mir gedacht habe. Weil ich habe ja eine Pilotsendung gemacht und habe dann vier Episoden bekommen, um zu machen. Und es ist wirklich genau dann, wenn es losgegangen ist, bin ich schwanger geworden. Und ich hätte es danach geplant. Ja. Aber es kommt ja nie so, wenn man es plant. Es kommt nie so. Und es ist absolut gut, weil ich glaube, ich bin jemand, der, wenn ich planen würde, dann würde ich denken so, hm, in diesem Monat hat es nicht funktioniert. Was habe ich falsch gemacht? Ja. Und darum sind alle froh, dass es einfach passiert ist. Und die Schwangerschaft ist absolut, ein Schockmoment, aber wirklich absolut feel good. Mit allen Ups und Downs. Sehr, sehr happy. Das ist mega schön. Ja. Und was sie toll findet, ist, wie du sagst, wie es sie in anderen Bereichen auch entspannt. Mega. Ja. Meine Tante hat mir gesagt, die Schwangerschaft tut ihr gut. Wirst du eine, die einfach immer schwanger ist? Geht ihr so weit? Nein. Ich glaube, so fest geniessen ich es nicht, dass es jetzt muss sein, die ganze Zeit. Ich weiss nicht, ob ich mehr als ein Kind will, aber ich glaube, all in all fühle ich mich ein bisschen ja irgendwie angekommen in dem, was ich mache im Leben. Ich glaube generell im Leben fühle ich mich so ein bisschen I like this. Mhm. Ja. So ein Gefühl von angekommen. Ja. Ja. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich wieder in der Schweiz bin, um meine Kolleginnen und meine Familie herum bin. Ja. Dass ich einen Partner habe, der sehr unterstützend ist. So konnte ich mir das nie vorstellen, dass ein Partner sein kann. Ja. Dass ich immer das Gefühl habe, ich bin die. Vorher hatte ich immer das Gefühl, ich mache mehr. Ja. Ich mache mehr im Haushalt. Ich habe mehr Ideen, was wir machen könnten. Und jetzt stand ich am Morgen auf und er war mit dem Hund draussen. Er hat den Hund gefüttert. Er hat gesaugt. Und ich denke mir so. Und du hast es nicht einmal gehört. Er hat Liesli gesaugt. Ich habe dich einfach geschlafen. Wie hätte er Liesli gesaugt? Ja. Und ich denke mir so. Scheisse. Jetzt bin ich die, die weniger macht. Und es ist ein sehr schönes Gefühl, muss ich sagen, jemand zu haben, der einem einfach mega viele Sachen abnimmt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so etwas, wo du so denkst, wow. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal jemanden habe, der einfach so viel erledigt für mich. Aber man denkt immer eigentlich so, ich weiss nicht, so Traumfrau oder Traummann oder Traumperson denkt man nicht daran, es wäre mega toll, wenn diese Person saugt und wasch macht und finanziell da ist, sein Paar geleistet. und für mich ist es eigentlich immer etwas anderes. Ich habe nie an das praktische Everyday Zeugs gedacht. Ja. Was, wenn du schwanger bist. Abgesehen von der Romantik. Ja, genau. Ich habe ganz andere Vorstellungen gehabt, was wichtig ist. Und habe wie das Gefühl gehabt, ja eben hot. Exciting. Es muss wie so das Funken und so weiter und so fort. Ich habe halt nach dem gesucht, das habe ich natürlich auch. Aber jetzt habe ich wie so das Gefühl, alles andere ist plötzlich irgendwie viel wichtiger, wenn du in einer Situation bist, in der du zögelst. Ja. Du bist schwanger, darfst du nicht schleppen. Du hast einen Hund, der sehr viel abverlangt. Du hast einen Job, der sehr viel abverlangt. Und dann hast du einfach jemanden, der sagt, kann ich dir noch irgendetwas machen, bevor du aus dem Haus? Und dann so, oh ja, ein Cappuccino wäre mega toll. Und dann macht er dir ein Cappuccino und du darfst dein Auto nehmen, das grösser ist, wo alles reinpasst. Und es ist alles irgendwie einfach so, mein Leben ist so viel einfacher worden plötzlich. Es ist ja eh, wenn man gemeinsam ein Leben bestreiten kann, und zwar wirklich gemeinsam, ist es noch lustig, obwohl ja durch die andere Person eigentlich mehr an Volumen da ist, wo irgendwie bewältigt werden muss, ist effektiv, ist es weniger Aufwand, wenn es wirklich beide machen. Ja. Und wenn es nicht beide machen, dann ist es natürlich… Dann ist es heavy, heavy load. Genau. Und klar, es gibt Phasen, wo, wenn er irgendwie mehr Stress hat und viel los hat und so, dann ist es natürlich auch belastender, als wenn man alleine wäre, klar. Aber ich habe mir wirklich im Traum nie vorstellen können, dass das Leben so viel einfacher macht, wenn du jemanden hast, der so viel macht. Ja. Ich bin eher so ein bisschen independent. Ich will verdienen, ich kümmere mich um alles, ich will so viel wie möglich machen. Ja. Wenn er nicht aufs Kind schauen will, dann übernehme ich das. Ich bin so jemand, der alles an sich kreisst. Ja. Und ich habe nie verstanden, dass es einfach eine Balance braucht. Ich habe es nie gesucht. Ich glaube, in meiner Familie, meine Mutter ist mega unabhängig, meine Grossmutter ist mega unabhängig, hat mega viel gearbeitet, mega viel Geld gemacht und sich alles selber ermöglicht. Und das ist mir so eingetrichtert worden. und ich bin so aus weg. Ich mache alles selber. Und so unfreiwillig, dass es jetzt so mehr gezeigt wird, dass es eigentlich auch schön ist, wenn man sich von jemand anders verlässt. Ja. Schon merke ich, dass es mega, dass es so einen Seelenfrieden gibt. Und ich glaube, das ist ja, eigentlich ist das in allen Lebensbereichen. Also weisst du, es ist ja im Privaten, aber muss man auch beruflich lernen, dass man einfach nicht alles kann. Ja. Vor allem in unserem Bereich, wo man irgendwie das Gefühl hat, weil man am Schluss allein auf der Bühne steht, muss man irgendwie auch sonst alles allein machen. Ja. Keine Hilfe. Und dann merkst du irgendwie, ja okay, aber es macht schon mehr Sinn, wenn jemand anders das Foto macht von einem. Also weisst du, so übertrieben gesagt, aber es fährt mit diesem an, oder? Ja. Ja. Und irgendwie, und vielleicht weisst die Person auch noch eine gute Idee, wie man das Foto machen könnte. Ja. Und nicht nur einfach, so, 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 ich will es so, und so muss es sein, und so weiter, oder? Man muss es loslassen können. Genau. Man hat oft das Gefühl, dass man es, also ich bin, ich weiss nicht wie das bei dir ist, ich bin ein persönliches Gefühl, wenn ich es selber mache, dann wird es halt so gemacht, wie ich es gerne hätte. Absolut. Dann stimmt der Winkel. Und, aber du tust dir wie, du nimmst dir auch etwas, weil genau der Input von jemand anderem, die Kreativität von jemand anderem, mega viel eigentlich könnte dazu beitragen, dass es, wie ähm, mehr Dimensionen hat. Mhm. Auch bei der Sendung, die ich jetzt mache, können loslassen und jemand anders den Sketch schreiben lassen, wo ich nicht weiterkomme. Ja. Und ich dann finde ja nein, die Idee und dann loslassen und einfach sagen, hey, die Person, ich finde die Person super, super Humor, mega kreativ. Ja. Mega grosser Wissen, wissensstand, grösser als meine. Und dann einfach warten, was zurückkommt. Mhm. Und dann der Überraschungsmoment, es ist hundertmal besser, als was ich hätte machen können. Zu diesem Thema. Ja. Und ähm, dann irgendwie noch zwei, drei Sachen dazu machen, zu personalisieren, oder das zu merken, dass es, dass, dass man selber nicht alles so gut machen kann. Vor allem, wenn wir jetzt zum Beispiel das wieder nehmen auf das Private, vor allem, wenn es ja irgendwann ein Volumen annimmt, wo es gar nicht mehr möglich ist. Ja. Und man sagt, okay, auf was konzentriere ich mich jetzt im Privaten? Was muss ich machen? Was will ich machen? Und wenn man dann eben dort auch noch sagt, nein, das mache ich auch noch, das mache ich auch noch. Ja. Irgendwenn, ja, vielleicht kannst du es, aber irgendwann ... Irgendwenn kannst du einfach nicht mehr. Genau. Irgendwenn kannst du einfach körperlich nicht mehr. So. Und, äh, dort finde ich auch, es ist mega wichtig, dass es Hilfestellungen gibt und dass man die auch annimmt. Und das ist zum Beispiel das andere gesehen, oder? Ja. Da habe ich ja schon im Umfeld gehabt, Leute, die Hilfe einfach konsequent ablehnen. Ja. Du weißt? Ja. Und du bietest es an, aber es geht nicht, oder? Und ich bin eben auch so einer gewesen. Ich habe jegliche Hilfe abgelernt. Und es ist mir so ein Eye-Opener gewesen, wo ich dann, äh, mit einem gebrochenen Fuss nur noch zu Hause sein konnte. Ja. Und ich auch immer konstant immer so, nein, nein, ich brauche nichts und, äh, lehnt mich und was weiß ich. Äh, erstens schon mal nicht so toll, wegen, auf einmal ist keine soziale Interaktion mehr. Ja. Weil, du hast ja wie das Gefühl, wenn jemand zu dir heimkommt, machen sie dir einen Gefallen. Ja, wenn sie helfen, weißt du, so. Ja. Ähm, und dann hat, äh, äh, Hedi heisst sie, eine Schauspielerin, äh, in, äh, eher hohem Alter, ja. Und ich habe mit ihrer Freundin im Theater gespielt und so. Und sie hat wirklich einfach gesagt, ohne Diskussion, hat sie gesagt, ich komme jetzt zu dir. Ja. Ja. Und hat mir eine Wäsche gemacht. Weisst du? Ja. Aber wirklich, es ist, und das hat mir, das hat mir so viel, dort damals so, die Augen geöffnet, irgendwie, wenn ich einfach so fand, ah, wow, also weisst du, sie hat es bedingungslos gemacht, sie hat gesagt, das mache ich jetzt, keine Diskussion, oder? Weil du kannst das ja nicht. Ja. Doch, doch, es ist gut schon. So, nein. Und, und das habe ich dann gemerkt, früher bin ich immer so der Meinung gesehen, man muss ja, ja, die Leute immer in Ruhe lassen, oder? Sie sagen dann schon. Woher kommt das, was meinst du? Nein, keine Ahnung. Ja, für dich irgendwie so, das, äh, so das übliche, Leben und Leben lassen, und weisst du so. No news is good news. Was auch immer. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, aber es gibt schon Situationen, wo man halt einfach, nicht für die andere Person muss entscheiden, aber halt einfach, ja, eigentlich Verantwortung übernehmen. Das ist mehr das, oder? Ja. Ich übernehme jetzt Verantwortung in der Situation, damit das gut kommt. Und zwar für alle. Also eben, es ist ja dann nicht nur, nur für die Person. Ja. Es ist ja dann für, das Gesamtkonstrukt so, oder? Voll. Und das macht, äh, das macht extrem viel aus. Ja. Ich habe auch das Gefühl. Ich frage mich, woher, dass das, früher ist das so normal gewesen, man unterstützt sich, äh, gegenseitig, man ist irgendwie zu 16, unter einem, unter einem Dach, und alle helfen mit, und so. Und irgendwann einmal, keine Ahnung, ist einem das so eingetrichtert worden, dass man so alles alleine machen muss. Ich bin wirklich auch, ich muss auch an den Punkt kommen, wo ich nicht darf. Also wirklich, es ist dazu gekommen, zu der Schwangerschaft, dass man mir gesagt hat, hey, du darfst nicht. Rauchen. Das mache ich immer noch. Nein, Spass. Spass. Ähm, du darfst nicht schleppen. Ja. Und ich habe zwei Haushalte in einen Haushalt zögeln müssen. Und ich habe trotzdem noch sneaky Sachen gemacht, die ich nicht machen sollte, einfach weil ich es nicht, ich habe es nicht können. Yeah. Ja. Loslassen. Ich bin so ein An-Me-An-Risser. Ach, I don't know. Und dann, weisst du, wie schlimm es gewesen wäre, wenn dann etwas passiert wäre? Yeah. Also es hat wirklich so weit müssen kommen, dass es, dass man mir sagt, du darfst nicht, es geht nicht. Und dann meine Schwester, ihre Freunde, mein Partner, dann Leute vom Gym sind gekommen, und ich habe mich wirklich, also ich habe mich schäbig gefühlt. Sie hat gerade einen Workout gemacht. Ja, die hat wirklich. Heute machen wir nicht im Gym, sondern jetzt machen wir hier. Ja, genau. Die Kiste extra zweimal liefen und erst dann loslaufen. Hey, die mussten nicht zweimal extra laufen, die mussten genug laufen. Es war wirklich so viel zu tun. Und ich habe wirklich einfach nicht dürfen. Und ich bin natürlich immer dabei gewesen und habe dann Essen bestellt und eingeräumt und gemacht. Aber es muss bei mir wirklich auch so weit kommen, dass ich gar nicht kann. oder auch bei den Sendungen. Es ist so, hey, wir müssen vier Sendungen innerhalb von eineinhalb Monaten machen. Und ich so, ah jo, kriegen wir einen. Machen wir einen. Bis ich dann dort sitze und mit etwas einfach nicht weiterkomme und verzweifle, dass ich es abgib. Und dann dankbar bin einer Person, der mir etwas abgenommen hat, als ob die mir das Leben gerettet hat. und es ist eigentlich normal. Du machst keine Fernsehsendung allein. In Amerika haben es irgendwie 50 Leute, die an dem arbeiten. Und ich habe das Gefühl, es ist mir peinlich. Und ich denke mir so, wenn jemand fragt, okay, du hast irgendwie den Sketch, welcher er geschrieben hat, ist es mir richtig unangenehm zu sagen, hey, den Sketch hat die Person geschrieben, das habe nicht ich geschrieben. Aber eigentlich ist es normal. Absolut. Im Gegenteil. Man kann ja dann sogar stolz darauf sein, dass man etwas macht, wo eben so ein Aufwand ist, dass es gar nicht allein möglich ist. Ist ja eigentlich ein mega Geschenk, weil wann kann man schon so etwas machen? Voll. Und ich weiss nicht, warum das mit dem Schreiben so ein grosses Problem ist, bei mir abzugeben, wenn ... Das kommt vom Stand-up natürlich. Das kommt vom Stand-up wahrscheinlich. Weil dort machst du es ja selber und dort ist ja nochmal eine völlig andere Connection zum Material, weil ja dann effektiv du eben auch wieder alleine auf der Bühne das erzählst. Und das machst du ja dann auch öfters. Ja. Das heisst, eine Joke, die du dir ausgedacht hast, da spielst du ja dann idealerweise 50, 100, 200 Mal. Und wenn das nicht von dir ist und nicht deinen Ursprung hat, dann hast du dann wie einen Disconnect. Und dann hast du, also ich zumindest, ich habe dann immer ein schlechtes Gewissen, wo ich so denke, das kann nicht sein. Ja. Hingegen, was ja mega geil ist, ist der Frank zum Beispiel. Frank hat mir mal einen super Tag gegeben. Ja. Wo er wirklich irgendwie irgendeinen Auftritt mit und also, dort habe ich noch irgendwie überlegt, da könnte man noch ein Wortspiel machen mit dem. Ja, zu deinem Bett dazu. Genau. Ich weiss, und dann trotzdem ist es aber auch weird, oder? Und dort habe ich am Anfang auch immer so ein bisschen gedacht, so, ah, hm, und dann habe ich gemerkt, okay, das muss ich wie auch loslassen. Weil eben im Ursprung ist es meine Joke, meine Geschichte, die mit dem Joke zusammenhängt, und so weiter und so fort. Und, dass jetzt sein Blickwinkel auf das noch, äh, nochmal einen geilen Lacher dazugibt, umso schöner. Ja. Und habe dann gemerkt, im Umgekehrten will ich das ja auch. Ja. Ich sage ja auch, Leute nach einer Show, wenn ich etwas gesehen habe, sagen, hey, dort könntest du vielleicht noch. Und habe mega Freude und bin einfach stolz und habe dann mehr so das Gefühl von Community, obwohl am Schluss die Leute einzeln auf der Bühne stehen, oder? Ja. Und, äh, und ich glaube, von dort kommt das. Ja. eine ganze Sendung. Ey, äh, ist am Schluss, du als Kopf von dieser Sendung, bist immer noch die Person, die entschieden hat, ja, das vertritt, das, was ich will und darum machen muss, ja, oder nicht. Ja, das stimmt. Das ist ja dann wieder deine Handschrift, oder? Ja. Und ich bin im Nachhinein auch mega stolz darauf, zum Beispiel Michelle Kalt hat, äh, hat ein Sketch geschrieben und sie hat nicht viele Sketches vorher geschrieben und der Sketch ist soo gut. Ja. Und, es ist ja lustig, dass ich niemals ein Sketch, den ich selber schreibe, würde sagen, er ist soo gut. Aber, weil sie ihn geschrieben hat, bin ich irgendwie so, ich bin mega froh, dass ich ihr die Chance gegeben habe, dass ich ihr jetzt auch wie, weil alle in der Produktion gesagt haben, das ist super, ihr jetzt wie selbstbewusst sein gegeben haben, also mir, ja, dass sie mega gut ist in dem, und, dass ich jetzt wie auch weiss, ach, das nächste Mal, wenn ich wieder etwas in diese Richtung habe. Mhm. Sie ist mit der Welt dabei gewesen und hat wirklich ein mega grosses Verständnis für Politik. Mhm. Und die verschiedenen Parteien und die Leute und wie das zusammenspielt und, ich habe das Gefühl, sie ist ein mega Schatz und ich will daraus mehr schöpfen können. Ja. Und ich bin gott froh, jetzt im Nachhinein, dass ich das gemacht habe und abgegeben habe und dass wir wie einander anders entdeckt haben, als nur Stand-up-Kollegen, die einander mal helfen mit einem Joke. Ähm, also, es war ein mega Erfolgserlebnis, zu sehen, auch in dem, auch im beruflichen Sinn. Ja. Schön zu wissen, dass man nicht allein ist. Ja. Nicht alles allein muss machen. Genau. Das gibt einem ja, ähm, ähm, ja, ein gutes Gefühl. Aber effektiv, ähm, wenn man sich nicht als so nur Einzelkämpfer einfühlt, wo man einfach so findet, ich bin allein gegen die Welt. Ja. Weil es ist ja effektiv nicht so, aber man muss auch zulassen, dass man nicht allein ist. Aus irgendeinem Grund ist es einfacher, anderen zu helfen, als sich helfen zu lassen. I don't know why. Ja. Weil eins von meinen grössten Motivatoren beim Comedy ist es immer wieder auf meine Buchhaltung zu schauen, und zu schauen, was ich anderen Leuten ausgezahlt habe. Mhm. ich denke mir so, was ich finanziell aus dem Nichts geschöpft habe. Ja. Und an meine Kollegen ausgezahlt habe, ist für mich so insane. Wenn ich schaue, das sind Tausende von Franken, von Aufträgen, die ich hatte, ob das für Firmen gewesen sind, für Clubs, die Events gemacht haben. Und ich denke mir einfach, ich habe diese Sachen an Land gezogen und meinen Freunden, keine Ahnung, Ferien oder Miete oder Krankenkassen oder so, ermöglich zu zahlen, mit dem, was sie lieben, ja. Ist das für mich so, das ist für mich so, das ist für mich so, das Heroinen wie der Oder. Das gibt mir so unglaubliches Glücksgefühl. Und das ist ja wie auch ein Helfen anderen, aber es dann auf sich selber, wie das genau das gleiche Glücksgefühl zu haben, wenn jemand anderem einem hilft, ist irgendwie schwieriger zu bekommen, aus irgendeinem Grund. I don't know why. Ich glaube, meine Erfahrung ist, dass man es wirklich einfach zuhören muss. Dort fährt es bei mir, ah, und das ist, bei mir ist das ein mega innerer Prozess gewesen, dass ich eben gefunden habe, nein, ich mache alles alleine, ich gehe alles alleine, und so weiter und so fort. Und dann irgendwie gemerkt habe, aber eben so gern, wie ich es ja für andere mache, machen es andere auch wieder gern. Und, das gibt, in so einem Einzel- Job, und auch Einzelunternehmen, je nach Firma, bla bla, gibt es dann gleich wieder ein schönes Gefühl von Gemeinsamkeit. Weil, so fest ein Versicherungsjob, um mit diesem Beispiel zu bleiben, so fest mich der Job an sich angeschissen hat, gibt es ja gleich eine Sense of Community. Mega. Wenn du in ein Büro reinläufst, und es andere Leute dort hat. Mega. Und man ist zusammen auf dem Schiff, sozusagen. Und wenn du dann selbstständig bist, und allein noch einen Job hast, der eben auch sehr allein funktioniert, muss man das ja in irgendeiner Art und Weise trotzdem noch haben. Und das geht nur, wenn du auch zulässt, dass von der anderen Seite etwas zu dir kommt. und nicht nur du immer rausgehst. Ja. Und, das heisst, so schwierig es ist, es anzunehmen, merkt man, dass es ja eigentlich am Schluss gleich wieder einen Hintergrund hat von Aha, aber durch das geht es mir ja dann auch wieder besser. Weil man mehr eine Connection hat, miteinander, zueinander, untereinander. Das ist wahrscheinlich etwas, das jeder, der sich selbstständig macht und damit struggelt. Du machst ja wie zuerst Sachen allein und dann musst du ja von abgeben. Ja. Und du hast das Gefühl, ich kann nicht abgeben, ich mache alles besser. Es ist ein mega Prozess. Es ist ein mega Prozess. Aber es stimmt schon, wenn du halt selbstständig bist und alles wirklich alleine machst, du hast das Büro nicht, wo du reinläufst, wo du kannst ein Aperon nehmen am Freitag. Ja. Ist irgendwie auch komisch bei uns, dass es wie so, ich weiss nicht, hast du das Gefühl bei uns in der Comedy-Szene, dass es ein mega Büro-Familien-Vibe ist, wie du das bei der Versicherung gehabt hast. Dass irgendwie, es sind alle zwar mega verschieden, aber wir gehen mega gerne zusammen etwas trinken und es vibet mega und wir sind so ein bisschen wie eine Familie. Oder hast du das Gefühl, dass, weil halt viel auch, keine Ahnung, Konkurrenz oder, keine Ahnung. Nein, ich sehe, ich vergleiche es immer mit einer Familie. Und auch eine Familie ist nicht immer nur komplett funktional. Und auch in einer Familie hast du irgendwie ein bisschen komischer Cousin. Und einmal... Wer ist bei uns der komische Cousin? Ich glaube, das haben wir das letzte Mal schon besprochen. Es gibt ein paar Kandidaten. Und mit dem meine ich jetzt nicht meine echte Familie. Dort ist mein Cousin sehr, sehr cool. Aber auch dort gibt es ja auch Schwankungen. Du hast mal mehr Kontakt, mal weniger Kontakt. Leute sind in verschiedenen Phasen, in verschiedenen Bereichen in ihrem Leben. Ein paar sind mehr dabei und sind engagierter, dass die Familie irgendwie funktioniert und andere finden, ich mache einfach mein Ding. Und das ist ja völlig in Ordnung so. Je grösser die Szene wird, was sie immer noch tut, desto schwieriger ist es natürlich so ein grosses Familienfest zu veranstalten. Aber ich habe jetzt gerade zum Beispiel Swiss Comedy Awards habe ich gefunden, es war immer noch sehr stark spürbar, dass das eine grosse Familie ist. Stimmt. Und das finde ich mega schön. Voll. Comedy Awards habe ich auch mega, mega schön gefunden. Vielleicht ist es gesehen, weil ich nicht und gesehen will. Ist auch ein anderes Erlebnis. Das erste Mal. Ich habe es auch mega schön gefunden. Ich finde es nur dann ab und zu so, irgendwie, vielleicht lasse ich das zu fest an mich annehmen, aber das Gelästern dann nachher so. Ja, die und da und da und da da da. Und dann, ach, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich habe Angst davor in so, in so nicht gönnerischen Kreisen zu hängen. dann ziehe ich mich mega oft zurück. Ja. Weil ich dann das Gefühl habe, es ist so... Da muss ich nur zwei komische Sachen hören von irgendjemandem, der jemandem etwas nicht gönnt hat. Und dann schudert es mich wieder so fest. Und ich denke so, hey Leute... Ah! Das finde ich eben noch spannend. Irgendwie... Das erlebe ich gar nicht so fest. Und ich bin mir zum Teil nicht sicher. Weisst du, ist es, wenn die Leute vor einem das nicht machen? Ja. Oder? Ist es jetzt quasi... Weil ich jetzt gerade da stand und irgendwie... Weil ich... Weiss auch nicht. Vielleicht vermittle ich irgendwie etwas, wo... Du hast null Comments gehört. Wie meinst du? Null negative... Null nichts... Jetzt zum Beispiel habe ich das Glück gehabt, ich habe eine Rede gehalten. Ja. Also das hauptsächliche Thema hast du gesehen, meine Rede. Ja. Also es ist... Es gibt einen direkten Bezug. Wenn ich jetzt nichts zu tun hatte und mit jemand anderem rede, die auch nichts zu tun hatte, also ausser, dass wir halt auch von mir dort sind... Ja. Du hast eine lustige Rede gehalten. Danke. Dann ist vielleicht mehr das Thema, was andere gemacht haben, oder? Da habe ich jetzt einen klaren Bezug gehabt, über was reden wir. Ja. Meine fucking Rede. Ja. Und ich habe zu allen Leuten gesagt, hey, wie hast du meine Rede vor... Nein, aber äh... Nicht wirklich... Nicht wirklich mega fest. Stimmt, deine Rede. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr viel mehr erlebt. Letztes Jahr ist auch ein bisschen... Äh... Ja, es ist aber auch grundsätzlich... Von dem Inhalt her, die Show war auch eher negativ gesehen. Ja, sie war schlechter. Also ja, sie ist schlechter gesehen. Qualitativ. Aber auch inhaltlich. Es ist viel Negativität herumgesehen. Ja. Und ich glaube, das überträgt sich dann natürlich auch wieder. Dann ist sicher auch einfacher zu sagen, wenn Negativität schon in der Show stattfindet, dann gibt es auch nachher die Negativität. Ja. Und ich habe zum Beispiel jetzt gefunden, und dieses Jahr ist grundsätzlich sehr eine positive Vibe gewesen. Fantastische Show gewesen. Und das überträgt sich ja dann auch wieder. Ja. Also darum habe ich wirklich jetzt nicht äh... Gelästern gehört. So. Ich bin natürlich auch einer, der ab und zu da noch einen Spruch macht. Absolut. Aber nicht Lästern, also nicht zum Lästern, sondern einfach ich mache einfach dumme Jokes. Ja. Und ich finde es einfach lustig, Ja, das ist ja auch irgendwie alles. Aber ich finde, wenn dann alles wieder so auseinandergenommen wird, so... Das... Da finde ich irgendwie so, es ist so eine tolle Show gewesen. Ich habe wie an mich das Gefühl, es ist so... Die Einversucht ist irgendwie an mich ein bisschen zu gross. Und die Leute sich nicht bewusst sind, dass es zum Teil Einversuchte ist, die schwärzt, anstatt dass es wirklich eine objektive Analyse dieser Show gewesen ist. Aber ich habe... Deine Rede ist mir jetzt gerade wieder gekommen, ähm, wo du gesagt hast, man muss keine Comedy Awards gewinnen, um erfolgreich zu sein. Und dann hast du meinen Namen gesagt. Ist das blöd gewesen? Nein, gar nicht. Ich habe noch zu Milan gesagt, ja so... Auf dieser Liste steht, glaube ich, auch mein Name. Und dann haben sie gesagt, Leila Latari. Aber das habe ich wirklich positiv gemeint. Stimmt. Überhaupt nicht. Ja, es ist in der Rede darum gegangen, dass du auch erfolgreich hast, ohne dass du jemals irgendetwas in deinem Leben gewonnen hast. So deutlich habe ich es nicht einmal gesagt. Sondern einfach... Nein, mir ist wirklich... Mir ist es vor allem darum gegangen, dass halt gerade in dieser Kategorie hast du... Talents. Ja. Und... Also ich habe noch nie... Ja, aber das... Nein, aber das überdreht sich eben. Also weisst du... Wirklich? Ja, und das ist jetzt... Das ist jetzt ein bisschen meine Erfahrung gewesen. Okay. Dass jetzt halt auch mit dieser Talent Stage, dass wenn du nicht nominiert wirst, hat es dann Leute gegeben, weisst du, wo ich gemerkt habe, oh, die sind kurz davor abzuhängen. Im Sinne von... Ich will... Nein, nicht so. Aber ich will jetzt halt irgendwie... Wahrscheinlich trete ich nicht mehr auf. Weisst du das? Oh wirklich? Und ich meine, ich mache es jetzt seit zwölf Jahren und ich habe nicht... Hast du nie etwas gewonnen? Und ich habe... Loser! Doch, aber ich habe ja den Talent Award gewonnen. Ah, okay. Das habe ich ab Schluss gesagt. Aber du hast ihn gewonnen? Als es noch die alte Version war. Okay. Nein, nein, aber da geht es mir jetzt nicht um den Preis. Und in diesen zwölf Jahren habe ich mega viele Leute gesehen, kommen und wieder gehen. Mhm. Und sie sind oft gegangen, weil in irgendeiner Art und Weise es nicht ganz so... geworden ist, wie sie es sich gerade vorgestellt haben. Okay. Und wenn eben deine Vorstellung ist, okay, ich werde nominiert für diesen Preis und dann gewinne ich diesen Preis und dann kommt es nicht so, dann finde ich es mega schade, dass jemand unglaublich talentiert Freude genommen wird an der effektiven Sache. Ich finde dann einfach... Also Entschuldigung, wenn du das... Wenn du so schnell davon abgehalten wirst, wenn dir... Also wirklich, da werden einem ja mehr Steine in den Weg gesetzt. Dann finde ich also gut, wenn du das nicht aushaltest, dann... Also da bin ich, glaube ich, eher ein bisschen krass. Ja, und... Und... Das Problem ist, es gibt Leute, die sind... sehr sensibel. Okay. Und... dann wird eben sehr, sehr fest in der Kommunikation, in der Aussenwelt, wird sehr viel Druck aufgebaut. eben weg zum Beispiel zu einem Talent Award. Okay. Wo es wirklich so heisst, das ist jetzt deine Chance und... Und... weil alles noch neu ist... Ja. eben von dann an die eigene Realität sich verschieben. Und... die Freude, die man hat, dass man einfach mal auf eine Bühne geht, dass man Sachen ausprobiert... Ja. Das wird alles mega beschleunigt heutzutage. Mit eben... Wir haben es auch davor gehabt. Ja. Man ist dann wie zu früh in so einer... in so einer Sendung. Ja. Man ist zu früh in der Öffentlichkeit schon. Man wird schon kritisiert, bevor man eigentlich... Genau. Überhaupt... Und auf der anderen Seite hast du auch Menschen, die sich dann mit dem wieder räumen wollen, weisst? Die dann irgendwie... wie Credit wollen dafür. So sagen, okay, du bist jetzt... du bist jetzt nominiert, das ist aber auch wegen mir. Und das ist dann so... Ah... Das ist alles ein bisschen viel. Hat es gerade gekickt? Hat es gekickt? Oh mein Gott! Aber egal. Vielleicht sollte ich da ein bisschen mehr Verständnis haben, ein bisschen sensibler sein, dass ich nicht so... Bei mir ist es halt ganz anders. Ich... Bei mir ist so... Ach... Ich glaube, rück... Wie nennt man das? Wenn man so... Also ich habe noch nie etwas gewonnen. Ich habe noch nie einen Comedy Award gewonnen. Ich habe noch nie... Ich werde einfach... viel gebucht. Mhm. Und ich glaube, das hat mit meinen Online-Videos zu tun. Und... Es gibt viele Leute, die mir... wie meine Witze... Das ist eigentlich so ein bisschen... meine... Sachen, die ich gewonnen habe für mich persönlich... Wenn jetzt der Kaya Yana zu dir kommt und dir die eigenen Witze erzählt... Mhm. Und du denkst so... Oh mein Gott! Ja. Das ist so das, das ich persönlich gewonnen habe. Mhm. Ich habe noch nie einen Award gewonnen. Ich bin glaube... irgendwie... Irgendwie... Ja. Ich bin auch nicht gut. Ich glaube, wenn es so heisst, hey... die drei sind nominiert und dann musst du an einen Auftritt und dann wird abgestimmt. Das ist mir alles irgendwie... Es ist so, hey, wir sind doch nicht in einer Olympiade. Also für mich ist das wie so... Hans was Heiri. Und ich glaube, je mehr zurückweisig ich erfahre, desto mehr Motivation habe ich. Mhm. Ich habe vielleicht Verständnis für andere Leute, die vielleicht nicht so funktionieren wie ich, die es dann... Je weniger sie gewinnen, desto weniger Motivation haben sie. Es geht nicht um das Gewinnen. Wirklich nicht. Und das habe ich eigentlich mit dem... in der Rede und auch gerade jetzt wollte sagen. Es geht nicht darum, dass du am Schluss den Preis hast, sondern es geht darum, dass die Vermittlung so ein bisschen ist und durch das die Wahrnehmung von Leuten, die wirklich frisch angefangen haben. Das sind zum Teil Leute, die wirklich erst gerade... die eben keine Ahnung haben von all dem. Ja. Die sich noch nicht einmal vorstellen können, Geld zu verdienen mit dem. Die zum Teil noch nicht einmal einen bezahlten Auftritt gehabt haben. Sondern einfach die Open Mike zu spielen. Wird denen die Wahrnehmung, wenn du dort dabei bist, wenn du dort nominiert bist und den Preis gewünscht, dann hast du eine Karriere. Und sonst nicht. Ja. Das ist es ein bisschen, oder? Ja. Da hast du absolut recht. Es hat mit dem nichts zu tun. Genau. Und das muss man halt auch ab und zu sagen. Ja. Weil wenn alle immer nur sagen, hey, den Preis musst du gewinnen und eben, ah, wegen mir bist du überhaupt dort und du kannst den Preis gewinnen. Ja. Wenn das die ganze passiert, dann verstand ich eben, ich habe es jetzt halt einfach wieder öfters gesehen, dass dann Menschen, sie setzen so fest auf das und dann geht es nicht darum, dass sie am Schluss einen Preis zu Hause haben. Sondern sie haben das Gefühl, es ist stellvertretend als Gateway. Es ist wie, du hast eine Briefung bestanden. Genau. Und du kommst weiter. Genau. Du kannst diesen Job nur haben, wenn du diese Briefung bestanden hast. Ja. Das ist ein bisschen. Ja. Und da hast du absolut recht. Also 100 Prozent. Es hat wie gar nichts mit dem zu tun. Du kannst nie mit den Comedy Awards auch nur in Verbindung stehen. Du kannst Videos aufladen, lustig sein. Du wirst gebucht. Ich glaube sogar für die Comedy Awards musst du dich anmelden, dass du überhaupt nominiert wirst. Du musst das auf dem Schirm haben. Also es hat wirklich nobody gives a shit. In der Schweiz ab und zu habe ich das Gefühl, es sieht wie etwas aus. Also wenn ich jetzt an einem Comedy Event bin und dann kommt keine Ahnung, wer gewonnen hat. Okay, der Jozo Brizza auf die Bühne. Hey, der hat die Comedy Award gewonnen. Und dann alle sagen, okay, sie erwarten etwas Geiles. Und dann komme ich auf die Bühne. Aber es ist genau, wir fangen genau eigentlich am gleichen Punkt an. Absolut. Dass wir eigentlich einfach lustig sein müssen. Und ab und zu habe ich das Gefühl, es kommt auf den Charakter darauf an oder die Vorstellung davon, was du denkst, was dir der Preis. Ich denke immer, wenn die Leute auf die Bühne gehen, so der Jozo oder keine Ahnung, und dann sagen, ja, ich habe den Comedy Preis gewonnen. Dann denke ich so, okay, beruhig dich. Aber es ist wahrscheinlich, weil ich noch nie etwas gewonnen habe. Mega wichtig, wer interessiert das. Und wenn ich dann gewonnen hätte, wäre ich wahrscheinlich mega so, ich habe übrigens den Award gewonnen. Aber nein, du hast absolut recht. Jeder, der irgendwie das Gefühl hat, man muss durch irgendjemand, der einen grossen Namen hat, durchgehen, die einem die Türen öffnen, oder durchs Schweizer Fernsehen, oder 3 Plus, oder was gibt es noch? Eben Talent Awards. No. Also wenn du willst, dann mach das. Ist toll, wenn man dort durchgeht. Ja. Aber wirklich, geh einfach an Open Mics, schaff an deinem Material, und es ist wie die Comedy, die lustig sei, ist dein Produkt. Mhm. Es interessiert sich nur jemand für dein Produkt. Mhm. Es ist wirklich nicht, du musst keine Bewerbung schreiben, du musst keine, du musst nicht, äh, keine Ahnung. Es ist wirklich nur, wenn du lustig bist, wirst du weiterkommen, die Leute werden dich buchen, that's it. Absolut. Und im Social Media, wenn du dort lustige Sachen postest, dann kommst du sowieso weiter. Das sind jetzt die, 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 die neuen da, die sozialen Medien da. Ja. Da ist sie wieder mal, die überraschende Unterbrechung mitten in der Folge. Ganz kurze Info, für die, die es noch nicht gehört haben, oder nicht haben wollen, mein aktuelle Programm, Zero, hat nochmal ein paar Tourtermine. Die meisten sind auch schon im Vorverkauf, jetzt auf www.joelvonmutzenbecher.ch. Ganz tolle Support-Acts dabei, Leila Ladari, Benjamin Delay, Matteo Gutenrath, Jose Brizza und Teddy Hall. Also, geht schnell jetzt GoTickets kaufen und dann könnt ihr die Folge weiterhören. Bis dann, gut. Kommen wir mal zu den Feelguts zurück. Ja. Jetzt sind wir auf eine mega, auf eine mega Reise gegangen. Ja, voll so. Und ich habe probiert, im Kopf beizuhalten. Das zweite Feelgut, war das, war das die Partner und Verantwortung abgeben? Ich glaube allgemein, Hilfe, Arne, können. Ja. Ja, genau. Das ist das zweite Feelgut. Das zweite Feelgut. Genau. Das ist ja privat wie beruflich. Ja. Haben wir abgedeckt. Gleichzeitig ungefähr. Und von dem sind wir dann auch ein bisschen grundsätzlich zu der Sendung. Ja. Und zu der Comedy und der Familie und so. Ja. Was wäre in diesem Fall dein dritte Feelgut? Das dritte Feelgut ist, selber das kreieren, was ich mir schon immer gewünscht habe. Ja. Mit einer Sendung zu machen. Mhm. It's not gonna be perfect. Aber es ist am Schluss deins. Es ist deins, ja. Und das ist das Schöne. Das finde ich crazy. Ja. Einfach so eine 20-Minuten-Sendung können machen, ist einfach insane. Ja. So. Genau die Punkte, die ich in einer Sendung haben wollte. Dass es frech ist. Dass es schön aussieht. Dass so Hair und Make-up und Outfit geil ist. Dass Studio toll aussieht. Alles, was ich halt gerne schaue. Ja. Was ich gerne bei anderen Leuten sehe. Was mich fasziniert. Was in Stand-up-Comedy halt eher so ein bisschen im Hintergrund ist. Ähm. Ich meine, niemand schaut eine Stand-up-Sendung und denkt sich, wo hat sie diese Schuhe her? Aber ich finde das. Das ist so wie, das ist ein Teil meiner Personality. Ja. Und das habe ich jetzt einfach rein genommen. Und finde ich irgendwie cool, dass das einfach so akzeptiert worden ist. So, hey, ja. Sie will jedes Mal ein spezielles Outfit. Mhm. Und sie will jedes Mal eine spezielle Frisur. Weil mir das einfach gefällt. Weil ich das gerne sehe. Mhm. Und die Comedy frech ist. Und ein bisschen provokant mit Themen, die mich persönlich mega interessieren. einfach so für mich all diese Checks hat. Und ich natürlich hoffe, dass die Leute es toll finden. Aber es ist nie so, dass wenn es nicht gut ankommt, dann muss ich mir nie sagen, ja, du hast dich halt in irgendetwas rein drücken lassen, was nicht du bist. Es ist nicht authentisch, sondern das ist wirklich einfach so, das finde ich geil. Das hat Ricky Gervais immer gesagt. Er hat gesagt, wenn du es so machst, wie du es willst, ist es gar nicht mehr so wichtig, wie es ankommt. Ja. Sondern du bist eigentlich kugelsicher, weil du bist in deinem Kern so zufrieden. Ja. Und du hast es so machen, wie du wolltest. Und es wird immer Leute geben, die es nicht toll finden. Aber es wird auch Leute geben, die es toll finden. Und wie viel das denn sind, ist nicht relevant. Also weisst du, im Sinne von irgendeiner Statistik und keine Ahnung was. Sondern du bist kugelsicher. Natürlich relevant, ob es mehr Episoden gibt. Genau. Aber für das Gefühl von wow, ich durfte machen, was ich wollte. That's insane. Das ist grossartig. Ja. Das ist für mich schon, nur als ich Bescheid bekommen habe, vier Episoden zu machen, habe ich so gedacht, what? Wie geil ist das denn? Und ich hatte so genaue Vorstellungen, wie ich es will, was ich machen will und was ich damit bezwecken will. Und das ist so ein absolutes Feelgood, most stressful Feelgood of my life. Wirklich so crazy. Irgendwie auch die Verantwortung, aber ich musste dann immer wieder zurück auf das, hey, das ist unglaublich, dass du das machen darfst. Mhm. Hast du schon als Kind davor träumte, eine Fernsehsendung zu haben? Oh, als Kinder verträumte, eine Fernsehsendung zu haben? Nein. Nicht. Wir sind halt nur die Fernsehgeneration. Also weisst du, das kenne ich eben, man hat es von Kindern gehabt, im Umfeld. Denen ist Fernsehen jetzt nicht so wichtig, sondern es ist mehr so, wenn man sagt, YouTuber, dann sind sie so, ohhhh. Weisst du so, oder? Und ich meine, das Gleiche mit dem Radio. Ich bin noch mit Radio aufgewachsen, dass man wirklich das Gefühl hatte, wow, das will ich mal machen. Und Radio hat nicht mehr den Stellenwert heutzutage. Und, und Fernsehen ist eben, unsere Generation ist irgendwie schon noch, hat schon einen anderen Bezug gehabt. Darum habe ich jetzt gefragt. Es ist definitiv nicht etwas, was ich gedacht habe, was ich will machen. Es ist, ich bin halt so voll auf Oldschool Stand-up-Comedy, Soloshow, so Chris Rock, Chrissy Kay, ähm, ich habe, ich glaube, immer ein bisschen das Gefühl gehabt, ich muss Kunst machen. Weisst du, so Slam Poetry. Ähm, so ein bisschen das, was Kanye West so im Slam Poetry oder Alicia Keys im Def Jam, ich weiss nicht, ja, das sind alles so New York-Sachen gewesen, früher, als ich im YouTube mitten in der Nacht geschaut habe und ich nicht hätte schauen sollen, also ich hätte einfach schlafen. ähm, das, äh, ich habe mir auch nie, ich habe mir, glaube ich, nie getraut, mit meinen Gedanken dorthin zu gehen, das will ich mal machen. Das ist für mich so, weit entfernte, Kunstform gesehen, die ich nie mehr zutraut hätte, glaube ich. Never ever. ähm, aber, ich habe mir sicher immer beim Einschlafen vorgestellt, Witz vor anderen Leuten zu erzählen und diese zum Lachen zu bringen. Mhm. Das ist mein Lebensinhalt schon immer gesehen. Ja. Das habe ich, glaube ich, von meinem Vater, der hat immer alle probiert, zum Lachen zu bringen. Das ist so sein, sein Ding gesehen. auch in den dümmsten Momenten, aber auch in den besten Momenten. die Familienkrise und er bringt einen Witz. Mhm. Das ist so, schon immer auch in der Schule. Ich hatte immer das Ziel, die Leute zum Lachen zu bringen. Mhm. Aber so komplexe meine Träume, glaube ich, nie gesehen, dass ich dachte, das ist eine Fernsehsendung. Ich hatte einfach immer Ideen, aber ich habe nie gedacht, an Umsetzen. Ja. Es ist eher gekommen, weil mein Produzent Raffi gesagt hat, hey, wollen wir nicht eine Show pitchen? Wenn du eine Show machen könntest, wie würde die aussehen? Und dann ... Und dann hat die Synapse angefangen zu brennen. Ja. Dann habe ich genau gewusst, okay, ich will das. Ich schaue gerne so Reality TV und ich finde das Geilste, wenn sie in ihren Reunions haben alle die geilsten Kleider an und es ist so visuell crazy überfordernd. Ja. Das finde ich geil. dann die trockene Art von Stand-up-Comedy, die du eigentlich nur in so dunklen, verrauchten Räumen vor Live-Publikum machst und nicht filmst. Du sagst eigentlich Sachen, die du gar nicht filmen durftest. und das irgendwie so zusammenzubringen, das ist so ... Sofort habe ich gewusst, das will ich irgendwie so zusammen machen. Ähm ... Aber ja ... Hast du ... Du hast träumt davon, TV und Radio ... Nein, nicht träumt davon. Nein, ich habe effektiv als ... Als Kind habe ich eigene Radiosendungen gemacht. Einfach. Einfach bei mir zu Hause. Weisst du so. Wow. Und bei meiner Grossmutter im Zimmer. Einfach mit so einem ... Rekorder ... Ah ... Was wird es geheißen? Radio J. Habe ich es genannt? Joel. Nein, eben nicht nur J. Weisst du, einfach nur das J. Aber schon wegen Show. Ja, natürlich. Aber J auf Englisch? Genau. Will Be Men in Black. Will Smith, glaube ich, Jake heissen. Ah ... Okay. Bla, bla. Und dann habe ich wirklich so ... Radio J. Hallo zusammen, da ist wieder Radio J. Weisst du, in dem Still. Das habe ich gemacht ... Hast du so geredet, weil du noch keinen Stimmbruch gehabt hast? Nein, einfach ... Weil ich so auch wollte reden. Nein, schon. Ich hatte dann auch fünf Jahre, wo ich so geredet. Oh mein Gott, hast du noch Aufnahmen? Oh ja, ganz viel. Weil dann, mit zwölf, habe ich eine Videokamera ... äh ... gekriegt im Jahr. Ich nehme nicht an, dass ich es selber gekauft habe. Oh krass. Und dann habe ich vier Jahre, habe ich alles gefilmt. Also eben, ich war sicher ein YouTuber geworden, wenn es damals schon YouTube gab. Ja. Und ich bin mega froh. Dass du nicht ... Das ist nicht YouTube, gell? Wir sind alle froh. Hahaha. Und ich habe immer noch im Keller ... Weiss nicht ... Ich glaube etwa 30 Video 8 Kassetten. Ja. Und ich glaube noch einmal doppelt so viel VHS. Weil ich von der Video 8 natürlich auf VHS schon überspielt habe. Und in dem Ganzen wahrscheinlich noch einmal doppelt so viel an Material, das es nicht mehr gibt, weil ich es damals schon überspielt habe. Ähm ... Aber mit 12 ist dann immer der Traum vom Soloprogramm. Also ab 12. Ah ok. Also ab 12. Hey mega cool, das habe ich gar nicht gewusst. Du bist eigentlich so ein Kindheitstalent. Null. Du bist eigentlich ... In Amerika ... Wärst du jetzt in einer Suchtklinik, würde ich sagen. Wahrscheinlich. Aber mit 16 habe ich dann beim Lokalfernsehen angefangen und dann hat sich das so wie ... dort hin verschoben. Ja. Und dann habe ich das alles machen können, was ich immer schon wollte. Ich habe dann irgendwie auch ... Fernsehen gemacht, Radio gemacht, in einer Serie mitgespielt, in einem Film gespielt, Theater gespielt. Und bei all diesen Sachen gemerkt, es ist nicht ganz. Ah. Gewisse Sachen sind ein bisschen mehr, andere sind ein bisschen weniger. Ja. Und im Wissen, dass es immer noch der Traum gibt vom Soloprogramm, habe ich immer gedacht, das wäre es dann. Ja. Dann habe ich die Late-Night-Show gemacht, dann bin ich schon sehr nahe gesehen dort, aber immer noch nicht ganz. Ja. Und das war auch so eine Phase, von wegen, ich versuche alles alleine zu machen. Ja. Und äh ... Ich habe am Anfang einen Kollegen, der mit mir geschrieben hat, der hat dann aufgehört. Dann habe ich gedacht, ich mache es alleine. Ein Kollege, der als Produzent fungiert hat, an diesem Tag. Aber so 90% sind auf mir gewesen. Und dann ist effektiv das erste Programm gekommen und mit dem hat sich dann ja alles verändert. So. In der Kurzversion. Und dann, wo du das geschafft hast, was du schon immer warst, das Solo-Programm, wie hat sich das angefühlt? Äh ... Angekommen. Angekommen. Ja. Und zwar, es ist wirklich so krass gewesen, dass bei allen anderen Sachen es immer so gesehen, ich glaube, das ist es. Weisst du so. Hm. Und dort bin ich eigentlich immer so gesehen, ich weiss, das ist es. Und irgendwie ist das auch, so ein bisschen wie ein Selbstschutz gesehen, dass man das möglichst rauszögert. Also weisst du, im Sinn von, irgendwie auch mit der leichten Angst, wenn es das nicht ist, dann bin ich completely lost. Weisst du so. Aber eigentlich ist auch immer, die eine Stimme ist gesehen, aber du weisst, es ist das. Ja. Weisst du so. Und ... Dann ist es, ja, erstes Mal, also Premiere vom Solo. Mhm. Ich hatte wirklich so einen massiven Moment nach etwa 40 Minuten, wo ich gemerkt habe, die eine Stimme ist am Analysieren und sagt so, hm, das ist irgendwie, das hat nicht so gut funktioniert. Ja, du würdest so deine, dein Fass selber analysieren im Moment. Ja. Und, die andere Seite ist so, ach, du bist zu Hause. Das ist das, was du immer hast wollen. Das fühlt sich so, das fühlt sich so richtig an, das fucking SM58 mit Kabel in der Hand zu heben. Ich kann vielleicht sagen, was ist ein SM58. Das Mikrofon mit dem runden Kopf. Ah, du hast mit so einem. Oh, immer. Immer. Weil einfach, so habe ich es immer gesehen. Was ist das, so ein Jazz-Mikrofon? Nein, nein, nicht so. Das, das ist, ähm, das ist 52. Ich glaube. Äh, das habe ich aber auch. Wie geht das jetzt? Gib mal ein, bei, äh, sure, SM58. Ich muss es schnell zeigen. Yes. Okay. So ein, ja, so ein Stand-up mit Kabel. Genau. Ich habe gemeint, du meinst das, äh, silberige, was man gerade auf der Seite gesehen hat, so das, äh, so das, äh, 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 man nennt es auch das Elvis-Mikrofon. Das Elvis-Mikrofon. Ja. Geil. Das habe ich in der Late-Night-Show gehabt, das habe ich einfach so auf dem Tisch gehabt, und, und, für mich ist immer klar, das Stand-up ist das. Und das habe ich mir gekauft, eben, und dann, an der Premiere bin ich mit dem aufgetreten, äh, also es ist immer noch, ich habe immer noch das Gleiche. Du warst der Erste in Basel, der Stand-up gemacht hat, oder? Habe ich das richtig, äh, interpretiert? So, das kleine Stand-up, wo... Ich glaube. Schon. Ich habe das Gefühl. Ich glaube. Schau, wie ich dort sitze, wirklich wie eine Schwangere. Einfach im Sitz. Hahahaha. Einfach, ein fett Stück, Schleim, überhaupt nicht. Weil es das geht. Es ist mir extra ein Gewissen, damit ich es bequemer habe. Das... Das... Äh, es sieht beides scheiße aus. Ich glaube, wir können... Ich glaube, ich gebe jetzt auf, ich kann aufgeben. Ich sehe das Problem nicht. Ich kann aufgeben. Alles gut. Also wirklich, ich sehe mich. Ab und zu laufe ich einfach durch die Stadt und dann sehe ich mich so in einem Schaufenster und ich denke, «Yo, what the fuck?» Es verändert sich jetzt etwas. Es verändert sich so schnell, dass du schockiert bist, wenn du dich siehst. Ja, ja. Deine eigene Wahrnehmung kommt nicht nach. Ja. Am Anfang habe ich noch… Ich habe halt… Amix knappe Sachen an, das ist so ein bisschen mein Ding, I don't know, schon immer gesehen. Und dann hatte ich so einen Röckchen angehauen. Und das Problem ist, mit dem Bauch kommt das Röckchen immer wieder hoch, weil es halt mehr Stoff da oben beansprucht. Und dann habe ich mich gesehen im Schaufenster so auf der Seite und ich habe gedacht, ich sehe aus, als ob ich ein Bierbauch habe. Und kennst du die Aufnahmen, wo sie… Das klingt jetzt mega schlimm, aber weisst du, die Crack-Cocaine-Aufnahmen von L.A., weisst du, wo sie so… Wo Frauen so einen kurzen Ding und dann suchen sie ihren nächsten Hit. So hat das ausgesehen. Seitdem habe ich noch eine Hose. Ich nehme an, es ist nicht so schlimm ausgesehen. Aber der Gedanke, dass es sich so schnell verändert, dass du quasi nicht damit cope, das hatte ich mal nach einer Woche Italien. Oh mein Gott. Wirklich, eine Woche hat es… Oh, einfach wirklich. Zu den übelsten Zeiten, einfach viel zu viel gegessen. Und danach, weisst du, nach einer Woche kommst du nach Hause und danach zum ersten Mal nach dem Duschen so… What? What is it? What? What? Goodbye! Goodbye! Ich weiss genau, wenn ich nicht schauen würde, wäre es so schnell… Ich muss nicht mega schauen, was toll ist, aber… Ja, du frissest. Stimmt, du bist auch einmal… Wo hast du gesehen? Wie in das Dorf, wo ich fünf Lasagien gegessen habe? Jesus Christ! Ich weiss… Hey, wenn ich… Also nicht einmal jetzt könnte ich diese Konkurrenz machen und ich bin gut an meinen Schaufeln, sagt es. Also, wenn ich das jeden Tag mache, dann wird es anders, oder? Aber ich weiss genau, das kann ich einmal machen und das kann ich wahrscheinlich auch nur jetzt noch in fünf Jahren sehen, dass es dann auch wieder anders aussieht. Aber, ähm… Es soll jetzt nicht um mich und meinen Essenskonsum gehen. Es geht um mich und meinen Essenskonsum. Es ist alles gewachsen und es ist okay. Ich finde es auch nicht schlimm. Nur, wenn ich dann von der Seite sehe und denke… Yo… What is this? Und es ist ja auch eine temporäre… Hey, das sehen wir heute. Ob das… Ich bin einmal… Wenn ich schwangere Frauen auf Instagram sehe, im Gym am Sachenlöpfen, habe ich tiefe Aggressionen gegen die. Ich bewege mich null. Ich gehe gerade einmal mit meinem Hund laufen. Das ist aber auch schon Bewegung. Ja, aber ich habe ja auch Kampfsport gemacht vorher. Und das muss natürlich sofort aufhören. Es gibt Leute, die das weitermachen. Aber ich habe gedacht, never in my life kommt mir irgendjemand mit irgendwelchen Kampfsachen nahe. Ja. Ich habe sofort aufgehört. Und dann bin ich drei Monate sowieso einfach nur auf der Couch gewesen, weil ich müde gewesen war. Die ganze Zeit. Meine Existenz war einfach Essen und Schlafen. Und genervt sein. Und ich wollte nicht angelangt werden. Und dann habe ich mich sehr schnell daran gewöhnt. Ja. Kein Sport zu verdreifen. Es ist, wie es ist. Aber ja, ich weiss nicht, ob sich das irgendwann einmal wieder ändert. Dass man plötzlich denkt, hey, why not pay a Gym Membership. Aber bist du sportlich? Das ist gut. Okay. Gibt es dir viel Geld, wenn du dich bewegst? Wenn du Sport machst? Ja, schlussendlich schon. Ich will es nicht wahrhaben, aber es ist so. Ich habe mir gedacht, nein, nein, ich bin immun gegen das. Ja. Aber ich habe ... An den Sommer habe ich irgendwann angefangen zu joggen, was ich nie im Leben gedacht habe, dass ich das machen würde. Ja. Und wenn ich es gemacht habe, und ich mache es ganz am Anfang vom Tag, wenn ich es gemacht habe, ja, geht mir so viel besser. Und am Anfang vom Tag ist, welche Zeit bei dir? Hey, je nachdem. Also, wenn ich am 9 Uhr aufstehe, ist es halt am 9 Uhr, und wenn ich am 11 Uhr aufstehe, ist es am 11 Uhr. Okay. Du machst es am Anfang? Ja, am Anfang vom Tag. Möglichst schnell die Kleider anhaben, raus, losrennen. So. Also klar, Wasser habe ich schon getrunken, that's it. Okay. Wasser gelöst, Wasser getrunken, dann ist es. Wasser gelöst! Mit dem Gynäkolog kann ich es dir noch Wasser lösen. Und dann, ja, ich finde die Dusche eh schon mega toll. Und dann ist die Dusche einfach noch mal geiler. Und dann ist es erst 10 Uhr. Und das ist in meinem Tag noch mega früh, weil wenn du oben einen Auftritt hast, weisst du, der Tag dauert jetzt noch 16 Stunden, bis ich ins Bett gehe. oder? Und trotzdem ist es so. Boah! Das, äh, und, ja, so Teamsport-Tags mache ich jetzt wenig. Mhm. Aber Basketball habe ich immer geliebt. Ja. Und, und, ich, I fucking love Golf. Ich hatte so Phasen, in denen ich dachte, ich mache es wahrscheinlich nicht mehr. Und jetzt bin ich wieder, wenn ich könnte, ich würde jeden Tag golfen. So fest die Vorurteile, was Golf anbelangt. Äh, ich weiss. Und, äh, ich kenne so viele Leute, die das haben, gell? Mehr eingeschlossen. Und dann machst du es. Mein Vater eben auch hat sich immer darüber lustig gemacht, nicht spiel das selber. Eben. Und dann machst du es und denkst, oh. Es ist wie so der Teufel, der so auf die Seite von der... Es ist so gut. Es ist so toll. Also, ja. Ähm. Aber du hast einmal viel gut bespart. Okay, das finde ich gut. Also... Und vor allem, ich kann es fast noch mehr zu schauen. Wirklich. Sonntag... Oh mein Gott, jetzt bin ich beim Kollegen gesehen. Wir haben Formel 1 geschaut. Wir haben... Formel 1? Ja, wir waren sogar in Monza vor drei Wochen. Ah, stimmt. Genau. Wir haben, äh, Stefan Raab, Fight, haben wir durchgespielt. Aber... Nicht gut gesehen. Zählt auch zu Sport, sagen wir jetzt mal. Ja. Irgendeinen dummen Showkampf. Wir haben einfach den ganzen Tag Sport geschaut. Ja. Das ist so geil gewesen. Ich kann nicht so Sport schauen. Also, ich... UFC und Fussball und so kann ich schon schauen. Es muss Action haben. Nein, irgendwie auch Fussball. Es ist nur... Ich glaube, den sozialen Aspekt habe ich gerne von Sport schauen. Ja. Das ist, glaube ich, das Einzige. UFC... Schlägereien sind immer spannend. Auch Fussball, wenn es eine Schlägerei gibt. Wenn es nicht zu schlimm ist. Aber wenn sie so, weisst du... Ja. Eine Diskussion und so. Ja. Wenn sie es nicht mega ausartet. Das finde ich natürlich mega schlimm. Aber wenn es so ein bisschen so... Ah, und nein, und da, da, da. Und dann holen sie die Kamera. Und dann das finde ich... So ein bisschen Action finde ich cool. Ja. Ähm... Aber nein, Sport kann ich jetzt wirklich nicht gross schauen. Nein, irgendwie. Muss auch nicht. Nein, muss ich nicht. Wenn wir schauen auf die Zeit. Wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen. Feelgood 4. Ja. Feelgood. Sport ist wirklich auch so... Volleyball habe ich geil gefunden. Ja. Weil das ist wirklich Action. Also du bist die ganze Zeit irgendwie... Wenn du nicht... Wenn du eine Sekunde wegschaust, hast du den Ball in der Fresse. Ja. Und es ist wirklich so... Es ist so... Das klopft auf den Arm. Das... Das smasht. Und das... Das habe ich mega gefeiert. Ich bin nicht gut genug gesehen. Ich habe auch nie einen Award gewonnen im Volleyball. Ähm... Und Kampfsport ist halt so... So das... Also Jiu Jitsu halt... Es ist so wie so... Eben so... Du spielst so ein bisschen Schach mit dem Körper. Menschliches Schach, ja. Genau. Das finde ich geil. Und dort... Fühle mich... Wirklich auch immer... Mega gut danach. Ja. Ähm... Volleyball spielen könnt ihr eigentlich wieder. Das wäre etwas, was man wieder anfangen könnte. Was mir wahrscheinlich so ein Feelgood würde geben. Solange ich keinen... Kampfsport machen kann. Ja. Ja. Aber... Ähm... Ja... Sonst für mich ist es schon eher eine grosse Überwindung. Ich mache es gerne mit anderen Leuten zusammen. Ich mache es gerne mit meinem Partner. Der... Der switcht voll, wenn man... Das ist sonst eigentlich so lieb. Und dann, sobald man Sport macht... Salz! Halt! Bäh! Es ist so... Oh mein Gott! Ähm... Das brauche ich. Und das finde ich... Das finde ich cool, wenn man mich so motiviert und mir zeigt. Man muss aber... Man ist wirklich... Mit mir trainieren ist es schwierig. Wenn man es dann ein bisschen falsch sagt und mich zu fest korrigiert, dann schiesst es mich an. Es muss so motivierend... ein bisschen... Drillmaster sein. Mhm. Dann fühle ich mich gut. Ja. Das ist... Wie viele Gutes haben wir jetzt? Das ist das vierte gewesen quasi. Im Sport. Ich muss noch schnell einhängen. Ähm... Vorart wollte ich das fragen. Das ist jetzt nicht Teil der Feel Goods. Äh... Ausser, du willst das als fünftes Feel Good nehmen. Aber du hast gesagt, du hast gerne Reality TV. Ja. Was denn? Ich schaue Real Housewives. Ah, wirklich? Ja. Okay. I love it so much. Das gibt es ja auch von allen möglichen Städten, oder? Ähm... Ja. Und ich schaue es auch wirklich so religiös, dass ich up to date bin mit fast allen Städten. Okay. Wie viele sind es? Hey. Viele. Also die, wo ich schaue, sind New York, Beverly Hills, Orange County. Ähm... Ach. Gibt es nicht noch? Atlanta. Atlanta gibt es noch. Da bin ich nicht up to date. Salt Lake City. Okay. Also... Ich liebe es. Super absurd. Aber kannst du mir... Ich habe wirklich immer nur so fünf Sekunden Clips gesehen. Ah, okay. Wenn es wirklich Drama gibt. Ja. Was ist genau das Konzept der Show, abgesehen davon, dass man Housewives sieht? Okay. Der Name Housewives ist ein bisschen verwirrend, weil das sind nicht Hausfrauen. Es sind eigentlich alles Frauen, die professionell im Leben stehen. Ja. Ähm... Businessfrauen, Frauen, die Versicherungen verkaufen, Frauen, die Häuser verkaufen. Okay. Also es ist wie so, nicht Housewives, wie man es sich vorstellt, sondern real Housewives. Mhm. Sie sind noch Housewives, sie haben viele Kinder, es geht nur um Frauen. Ähm... Die Männer sind so ein bisschen Nebensache. Ja. Du darfst trotteln. Es ist so... Ja, wirklich. Du... Ähm... Nervenor. Es ist... Das Lustigste ist, dass du in jedem Genre weisst, wir brauchen mehr Frauen. Es hat nicht genug Frauen. Es ist ein Skandal, weil es nicht genug Frauen hat. Wirklich im Real Housewives. Es hat nur Frauen und keiner interessiert sich dafür, dass es keine Männer hat. Und I love it. Es gibt natürlich Drama. Aber... Es ist auch sehr viel so... Ja, halt wie es ist, wenn du drei Kinder hast und eine Karriere und... Aber ich weiss jetzt immer noch nicht... Gibt es effektiv Konzepte? Gewöhnt jemand? Oder werden sie einfach begleitet? Es ist Reality-TV, sie werden begleitet in ihrem Leben, was sie... Und wie haben sie denn untereinander Drama? Ja, sie lästern untereinander ein bisschen. Wie kennen sich die? Viele kennen sich schon. Die sind wie so... Du hast dich bewerben. Es ist wie... Hey, wir machen eine Reality-Show über Stand-up-Comedians. Und dann fragen sie mich. Dann sage ich, hey, der Joel ist ein Cooler. Voller Idiot. Ja, so... Und dann sagen sie, also gut, die haben diesen Event, die müssen auch planen. Und dann in den Interviews sage ich vielleicht, ja, der Joel... Aber sie kriegen Aufträge? Nein, aber sie unternehmen Sachen zusammen. Ach so... Sie unternehmen Sachen zusammen. Sie gehen auf Trips. Sie machen Charity-Work. Es sind halt wirklich Leute, die voll im Leben stehen. Interessante Persönlichkeiten. Zum Teil in New York. Du hast eine Duchess, die geheiratet ist mit jemandem von der Royal Family. Dann hast du jemanden, der mit einem Cousin von den Kennedys geheiratet ist. Und für ABC News Reporterin ist. Und in Warzones ist gegangen. In Kriegsgebiete gegangen. Reportagen geschrieben. Also zum Teil wirklich mega interessante Leute. Dann Bethany Frankel, die unterdessen eines der grössten Getränke-Firmen hat. Okay. Und ähm, es ist viel Gossip, es ist viel Mode, es ist viel Business. Es ist... Und es geht aber nie ein paar raus oder so? Jede Season wird, glaube ich, die Cast neu verhandelt. So einfach, ja? Genau. Aber nicht zu wieder ein paar rausgewählt, oder? Nein, es ist kein Game. Man gewinnt eine Million Dollar oder sowas. Okay, okay. Es ist wirklich... Eigentlich werden die Leute einfach begleitet, was sie gerade machen. Und sie haben halt sehr spezielle Leben, weil sie eher Leute sind, die Geld haben. Mhm. Also es ist nicht unüblich, dass sie im Privatjet irgendwie nicht mehr hinfliegen. Natürlich. Oder ähm, die eine ist Erbin von irgendwelchen Casinos von ihrer Familie und so. Ja. Aber ähm, wirklich nicht nur Frauen, also eigentlich keine Frauen, die nur Hausfrauen sind. Okay. Alright. Genau. Ja. Jetzt weisst du schon mehr darüber. Weil ich habe immer nur, ich habe immer nur so die, die halt, wenn sie in einer Late-Night-Show einen Clip zeigen oder so, weisst? Ähm, aber, was mir eben eingefallen ist, und darum wollte ich jetzt nochmal Reality-TV erwähnen. Reality-TV erwähnen. Wow. Ähm, du hast mir mal erzählt von Dinner-Date. Ja. Von ZDF Neo. Von ZDF Neo? Ich glaube, ich habe es nicht mal Neo gesehen. Okay, es ist auf jeden Fall einfach so von der ZDF-Mediathek, oder? Und es ist ja wirklich sehr, sehr low production value. Äh, und wir haben ein paar Folgen geschaut, und es ist fucking hilarious. Es ist so gut. Es wird nicht mehr produziert, aber weisst du, was wir gemerkt haben? Mein Highlight ist eigentlich, du hast mir das Konzept erklärt, es ist einfach quasi Blind-Date, aber bevor es Blind-Date gibt, tut jemand aufgrund der Menükarte drei Leute auswählen. Oh mein Gott, das ist ja verrückt, wegen mir. Ja. I feel so flattered. Und ich habe jetzt gerade zwei, drei Mal wirklich absolut Kräne gelacht. Ja. Es ist so geil. Und zwar, weisst du, was das Highlight ist? Wenn eine Frau bei der Menükarte auswählen muss, und sie stellen die Dudes vor. Und es ist wirklich, es ist eine fucking Freakshow. Es ist wirklich so. Das Leben ist eine Freakshow. Und du denkst so, oh, bitte nimm's Menük 2. Ja, ja, ja. Weil der Dudes wirkt schon so unglaublich schrecklich. Und das Geiste ist, dass oft ja eben die nicht genommen werden. Und das heisst, die sind wirklich nur gekommen mit 30 Sekunden Einspielern, wie unglaublich schlimm sie sind. Und das ist alles. Du siehst nichts mehr über dir. Und das ist einfach dieser 30 Sekunden Clip. Das ist so geil. Ich finde, es gibt wenig Sachen im Leben, die man lustiger machen kann als echtes Leben. Also es ist wie so, alles, was wir schreiben, ist fantastisch und lustig und bla bla bla. Aber so situationskomisch. Ja. Von Konstellationen, von Leuten, die nicht zusammenpassen. Oder Leute, wo du... Dann sehst du irgendwie einen Typ, der sagt, die Frau gehört in die Küche und ich kümmere mich finanziell um die Frau, aber die darf nicht. Und dann denkst du, der wird nie eine finden. Dann kommt sie, ja, also ich möchte eigentlich lieber zu Hause arbeiten. Und dann denkst du so, what? Ja. Es ist so völlig... Ach, ich finde, die Realität ist einfach hundertmal lustiger, als was wir uns einabkrampfen. Und dann... Ach, so Dinner Dates, es ist einfach... Es ist einfach fantastisch. Und hast du gewusst, dass es das natürlich auch in anderen Ländern gibt? Ja, ja. Ja. Weil... Irgendwann haben wir... Äh... Die Englischen sind auch fantastisch. Es ist wirklich... Englisch... Dort ist aber das Tempo ein bisschen... Weird. Ja. South African. Hast du South African gesehen? Also nein. Oh mein Gott. Okay. South African Dinner Date. Okay, muss ich schauen unbedingt. Es ist eins auf YouTube und es ist so weird. Ich meine Blind... Also erste Dates sind ja schon... Also wenn du irgendwie ein Tinder Date oder ein Bumble Date... Ist es schon... Das ist so ein intensives, crazyes Erlebnis. Und bei denen ist es noch Blind Date. Und es wird gefilmt. Sie wissen nicht einmal, wie es aussieht. Sie werden gefilmt. Dann ist es noch bei ihnen zu Hause. Es ist so... Ich meine... Intimer geht es nicht als bei jemandem zu Hause. Ich meine, es gibt einen Grund, warum... Bevor jemand zu dir zu Hause kommt, dass man ein bisschen Ordnung macht. Es ist so persönlich und... Sorry. Menschen sind einfach Freaks. Ich bin ein Freak, du bin ein Freak. Absolut. Alle sind so eigen. Es gibt nichts Unterhaltsameres als das wahre Leben. Wirklich. Es ist so geil. Obwohl Reality TV ist ja nicht mehr... Es ist ja nicht mehr ein wahres Leben. Es ist ja auch viel gestellt. Und so weiter und so fort. Ja natürlich. Ich meine... Es ist ja nur, wenn es ruft und dann ist die Person schon drin. Ja. Egal. Kamera und... Ähm... Aber cool, dass du es geschaut hast. Freut mich. Ich nehme an, du wirst jetzt auch Real Housewives of New York. Ich habe das Gefühl, es ist ein grosses Commitment. Aber ich kann dir natürlich noch einen Tipp geben. Das habe ich schon sehr oft in diesem Podcast gesagt. Okay. Married at First Sight Australia. Oh. Ist mit Abstand die beste Reality-Show, die ich jemals gesehen habe. Married at First Sight. Nein, das sind nicht... Sind das die Virgins auch, die heiraten? Nein. Nicht spezifisch. Ah, okay. Nein. Es ist quasi wie... Dinner Date, aber... Aber du musst heiraten. Und dann geht erst die Sendung los. Es ist ein Experiment. Das ist ein Russian Roulette next step. Und es ist so... Nein, weil sie haben Experts, weißt? Die Experts. Okay. So, oder? Summary. Genau. Und Experts bringen die Leute zusammen, wo sie sagen, you know, that's gonna function, wegen irgendwie, you know, you know, his stubbornness and her, weiss auch nicht, her openness, if they find a way together, they could actually be a perfect match. Weißt du so? Sie erklären immer so, warum die zusammen passen, oder? Und es ist eben immer... Es gibt so eine Bingo natürlich, so eine Shot-Bingo, dass wenn sie Experiment sagen, der mystische Shot-Nah, 100%, das ist mein Liebling, sagen sie die ganze Zeit, oh yeah, 100%, oder? Und der eine, die Experte, der sagt so, 100%. If you don't fight, the experiment is dead in the water. Sagt so, dead in the water. Das liebe ich, wenn er das sagt. Oh, geil. Also, und auf jeden Fall, das ist... Insight. Okay, okay. Married at first sight. Insight. Will ich schauen, gell? Boah. I promise, nicht mal, wenn ich... Ich bekomme schon Flashbacks, wenn ich nur die Leute sehe, gell? Wir haben zwei Stauflammer gesehen. Ich werde das schauen. Heute noch. Ich finde meine ganze Arbeit, das ist so schlimm. Das ist... Andere Leute putzen und machen etwas, wenn sie arbeiten sollten. Ja. Ich schaue Reality-TV an. Ich kann mein ganzes Leben vergeuden. Ich finde es super. Ich habe so gewisses Reality-TV. Das finde ich mega toll an der Selbstständigkeit. wenn ich Arbeit machen muss, die jetzt nicht das Hirn mich mega beansprucht, aber es ist eine Arbeit, wo es gemacht werden muss, nichts geiler als etwas im Hintergrund laufen lassen, wo du eine halbe Stunde nicht dabei sein musst. Okay. Weisst, einfach egal. Und wenn irgendetwas passiert, kannst du schnell schauen und danach machst du wieder die, keine Ahnung, deine Excel-Tabelle, die du irgendwie auffüllen musst. Und all dieses Zeugs, oder? Grossartig. Ich kann das mit nichts. Ich bin so involviert. Und Sport ist eben auch gut für das. Wenn du zum Beispiel... Ja, da könnte ich ganz viel Arbeit daneben machen. Love on the Spectrum. Ja. Ist eins von den Reality-TVs, die so fürs Herz ist. Das finde ich auch mega. Ja. Hast du das Gefühl, dass wenn die Australian Couples-Experts und deine Partnerin analysieren würden, würden sie sagen, perfect match. Ich habe immer das Gefühl, du kannst nicht prophezeien, wer... Natürlich nicht. In dieser Sendung siehst du das so... Oh mein Gott. Das ist der Beweis dafür. Natürlich. Das ist für mich absolut der Beweis. Okay. Manchmal denkst du, sie sind Arschlöcher. Manchmal denkst du, die Experts sind fucking Arschlöcher. Okay. So... Why would you? Ja. Also weisst du wirklich so, wieso tun dir jetzt die zwei zusammen? Ja. Okay. Da ist Fernseh die Priorität. Okay. Und dann bei einigen denkst du, okay, ich verstehe sie irgendwie noch. Und zum Beispiel eben zu sagen, you know, both are business people and they could be a real power couple. Yeah. A real power couple. You know? If they get through... Und dann denkst du, in ihrem Leben, sie finden dich scheisse und bla bla. Und dann am Schluss sind das, glaube ich, wirklich die, die so ziemlich am happysten wirken. Okay. Wow. Also, kannst du eh nicht sagen. Auf jeden Fall, nur schnell, dass ich es noch gesagt habe. Das Konzept, also du schaust eh, aber ich mache noch ein bisschen Werbung. Ja. Nachdem sie heiraten haben, haben sie das Hochzeitsfest. Mhm. Dort kann schon mega viel schief gehen. Hilarious. Wie Familie durch. Ja, es sind einfach alle schon dort, oder? Und dann haben sie das Hochzeitsfest. Und dann, eigentlich die Experiment, das fährt dann erst an, dann ziehen sie zusammen, und natürlich alle, alle, die heiraten haben, sind dann in einem so riesen Apartment-Komplex in Sydney. No. Wow. Und, äh, dann haben sie immer so, jede Woche ist irgendwie, zum Beispiel ganz geil, ist immer Intimacy Week. You know? Ja. Wo sie dann so Aufgaben kriegen von den Experten. Like, hug for five minutes. You have to, a real five minute hug. Und dann werden sie einfach so fünf Minuten sich umarmen, und natürlich gibt es jemanden, der es nicht machen will. Weißt du so, ganz schlimm ist... Hast du schon mal etwa fünf Minuten umarmt? Yeah. Wirklich? Yeah. Und nichts anderes dabei gemacht? Yeah. Wirklich? Ich glaube schon. Fünf Minuten! Nicht fernsehen geschaut, nicht geredet. Okay, nein, dann vielleicht nicht. Dann vielleicht nicht. Nicht... Quink, quink, quink. Nicht. Nein. Nur so. Okay, vielleicht nicht fünf Minuten. Nur die Seele von der anderen Person aufgesogen. Fünf Minuten. Aber es gibt ja effektiv neurologisch Mehrwert ab einer gewissen Zeit vom Haag. Ab zehn Sekunden. Ja, irgendwie sowas, ja. Und ganz geil ist auch, wenn sie ranken müssen, oh mein Gott, dann müssen sie nach Attraktivität müssen sie alle mit, alle Kandidaten, Kandidatinnen... Oh mein Gott. That's for TV purpose. Eben. Und es ist wirklich so, hey, bist du so dumm? Du tust jetzt wirklich... Bist du jetzt ehrlich? Nein. Du tust jetzt wirklich irgendwie die Frau an sechster Stelle und sagst, oh ja, sie ist hart. I would, like in a bar, I would talk to her. Das Schlimme ist, das Schlimme ist, wir wüssten alle, wenn wir ein Line-up sehen würden, könnte ich sagen, attraktivitätsmässig, was die Allgemeinheit für attraktiv empfindet, könnte ich es ganz klar aufstellen. Frauen wie Männer, könnte ich sagen, okay, wahrscheinlich die Mehrheit finden da. Ja, aber du musst. Aber du musst für dich. Was ich? Okay, aber dann ist es ja... Also für mich ist es klar, dass du deinen Partner findest ja am attraktiv. Ja, aber für die ist es nicht allen klar. Und dann ist es wirklich so. Wetter, die Hälfte der Männer sind einfach zu blöd, zu verstehen, dass es dann Ghetto gibt. Wahrscheinlich auch. Und dann tun sie jede Woche... Das ist so, ich könnte mir vorstellen, dass meine Freunde sagen, aber sie haben gesagt, ich muss es so. Und ich so... Du, du, solltest es besser wissen. Und dann müssen sie jede Woche am Schluss treffen sie sich alle. Ah, zuerst gibt es Dinner-Party. Okay. Love it. Dinner-Party, dann kommen sie alle zusammen und sie müssen es die Nacht essen. Und dann ist es natürlich fucking Shit-Show. Immer. Weil eben je nachdem, was passiert ist in dieser Woche. Und die Experten über den Fernseher schauen sie zu. Und dann kommentieren sie immer schon, wie sie zusammen hineinlaufen. Das ist immer ein Highlight. Ah, they're holding hands. Oh, she's looking away. Und die eine Experte ist irgendwie Mittel- oder Südamerikanerin. Irgendwas. Ursprünglich gesagt sie, oh, das ist jetzt so, Francis and Linda, what a strong entrance. Weißt du so, wie sie zusammen mit der Hand, Hand in Hand kommen. Und nach der Dinner-Party gibt es immer, ähm, fuck, wie heißt es? Gangbang. Nein, Decision Night oder irgendwie so. Und dann müssen sie auf dem Sofa sitzen, vor den Experten. Dann gibt es eine Therapiestunde, wo sie so erzählen, wie es gerade läuft. Und dann müssen sie immer schreiben, stay or leave. Jede Woche. Hey, das ist also wirklich Tortur. Und jetzt kommt es noch besser, wenn zwei, also wenn ein Paar dort sitzt und jemand schreibt leave, haben sie, weil es ja ein Experiment ist, haben sie noch eine Woche. Und erst dann kann man ganz gehen. Also das ist wirklich, das ist ja Missbrauch. Es ist die mit Abstand beste Reality-Show. Okay. Ewa. 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 Also wenn jemand wirklich geht, dann gehen sie einfach. Also weisst du, das ist ja dann, und sie sind glaube ich wirklich geheiratet. Also weisst du, das ist einfach so, pfff. Aber, aber es ist einfach, Emotionally sind sie so anders invested, weil, du hast ein Paar, die sind dort fürs Fernsehen, und du hast ein Paar, die wirklich in dem ihr Last Resort gesehen. Ja. Und durch das sind sie, sie sind emotional schon so, eben investiert. Ja. Im Sinn von, ich gebe jetzt mein Liebesleben in die Hand von anderen. Ja. Ich vertraue denen. Und, ich glaube schon nur der Moment, wo sie wirklich einfach bei der Hochzeit, er steht schon vorne, und sie, also es gibt auch Gay-Couples, aber wenn es nicht so ist, steht er vorne, und sie kommt, und er dreht sich um, und das ist der erste Moment, wo sie sich sehen, und dann sagen sie so Hallo, und dann müssen sie sich Wows vorlesen. Das ist, es ist so ein anderes emotional investment, als halt einfach irgendwie. Es ist so quasi, wow, das ist es jetzt, oder? Ja. Und bei Partnern funktioniert es auch wirklich, und das ist dann mega schön. Ah, das funktioniert damals auch? Natürlich. What? Durch das hast du dann auch so ein bisschen das, oh, weißt du? Und, und bei anderen bist du so, oh mein Gott. Hey, ab und zu, wenn ich so Shows schaue, eben so Love is Blind oder so, oder eben so. Es ist wie Love is Blind aber hundertmal besser. Okay. I swear. Ich denke mir manchmal, hey, habe ich etwas verpasst, das ich nie bei so einem Experiment mitgemacht habe? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, aber ich glaube, ich fände das super interessant, irgendwie einfach, dass so ein Coach irgendjemand auswählt. Aber das Ding ist natürlich, die wählen ja nur von den Leuten aus, die sich beworben haben, was ja schon ein komischer Charakterpool muss sein. Richtig. Ausser in der Schweiz bei Bachelor und so, dort werden ja auch Leute einfach... Einfach gefragt? Ja. Ah, stimmt. Ich habe vielleicht auch einmal eine Nachricht bekommen, wegen Bachelor mitmachen. Aber das spricht weder für sich noch für mich. Ja, irgendwie habe ich... Ich bin natürlich froh, dass ich da nie irgendwie einen Fuss drin hatte, aber irgendwie denke ich mir auch, es wäre schon crazy, so eine Erfahrung zu machen. Weil ich habe das Gefühl, also mein Pool an Personen, die ich getatet habe, ich glaube, schlimmer können Sex werden, als ich da nicht bekam. Ich glaube, ich fände es cool, jetzt im Nachhinein brauche ich es nicht mehr, aber mit 20 oder 25 hätte ich... Jetzt, wenn ich über 30 bin, ist es so, ich habe gar keine Lust mehr. Ich habe nicht einmal mehr Lust, dass mich jemand... Es ist so weit gekommen, dass ich nicht einmal mehr Lust habe, oder dass mich jemand auf etwas Trinken einladet, weil dann denke ich mir so, ach, jetzt schulde ich dem mir eine halbe Stunde Gespräche. Siehst du mir schon, ich zahle lieber alles selber, ich habe keine Lust mit irgendjemandem um ein Gespräch zu haben, das ich nicht interessant finde. Aber damals, als du wirklich so noch gedacht hast, so wow, der hat mir etwas trinken gezahlt und im VIP und... Aber weisst du, bei vielen von diesen Fernsehsendungen... Sorry. Alles gut. Nein, nein. Irgendwie... Dort damals, wo ich noch die Energie und die Lust und die vielleicht Naivität hatte, zum denken, hey, vielleicht die drei Experten finden irgendwie etwas Cooles. Maybe, aber... Also ich denke jetzt mal, bei 95% von all diesen Sendungen ist es ja wirklich mehr so, äh... gerade gar kein Plan im Leben und darum macht man jetzt einfach mal mit. Und zum Beispiel Love is Blind finde ich lustig, weil ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dort ist das Kriterium, dass sie die Leute auswählen. Ja. Wahrscheinlich ist es eine riesen Frage gebogen und eine Frage ist, hast du schon mal Therapie gehabt? Mhm. Und wenn sie Nein kreuzeln... Kommen sie nicht in Frage. Doch, dann kommen sie in Frage. Ah. Weil was eigentlich passiert ist in den fucking booths, wo sie mit irgendwie dieser Milchwand reden, das sind eigentlich Therapiestunden. Und irgendwie löst sich ja dann dort bei denen mega viel... Mhm. Also es löst mega viel aus und irgendwie eine Traumabewaltigung. Ja. Und ich habe das Gefühl, darum verliebe sie sich dann auch in das Konstrukt von... Ja. Weil quasi wow, ich habe mein Leben noch nie so geöffnet. und das gibt auch wieder so ein emotional Investment und darum will ich ja dann die Person sehen und heiraten und bla bla. Ja. Ja. Das finde ich eine mega gute Analyse, dass das wahrscheinlich mit... Ja, wenn nichts anderes im Weg ist wie Aussehen oder irgendwie Sexualität oder irgendwas, dass du sehr... viel emotional... ähm... viel schneller oder viel tiefer dich bindest. Ja? Ja. Ich finde aber auch, dass man das im wahren Leben auch anbekommt, dass wenn man... wenn man datet, dass wenn man sich Zeit lässt und nicht eben physische Sachen ins Spiel lässt, am Anfang, oder eben das Aussehen einem dann nicht mehr so mega wichtig ist, dann kann man das wie so die Tiefgründigkeit auch so herstellen. Ähm... Jetzt habe ich Gedanken verloren. Jetzt wollte ich noch etwas fragen. Kommt es sicher wieder. I think so. Aber das ist ja irgendwie, ich glaube für viele heutzutage auch viel schwieriger, weil eben, weil es ja ist auf das, weiss ich auch nicht, irgendwie Dating-App... Das wollte ich dich fragen. Hast du schon mal einen Blind Date gehabt? Ja. Okay. Du hast gar nicht gewusst, wie diese Person aussieht. Aha, nein, nicht Blind Date. Nein, halt eben so... Tinder. Ja. Vor, keine Ahnung. Zehn Jahre oder irgend sowas. Wie hast du das gefunden, mit jemandem Schreiben und die Person im wahren Leben kennenzulernen? Super freaky. Es geht irgendwie nicht. Gell? Schreiben hat nichts damit zu tun, es ist so komplett dumm, finde ich immer so, wenn sich Leute so online kennengelernt haben oder so, ich schaue auch 90 Day Fiancé, übrigens auch eine fucking legendary Serie. Das ist auch absurd. Da schaue ich aber nur so, mal beim Zappen, das ist so etwas, was ich im Hintergrund laufen lasse. Oh du, jahrelang schreiben die miteinander und ich denke mir jedes Mal schon noch, wenn du eine Woche mit jemandem schreibst und denen ein Date hast, was du geschrieben hast, hält nichts mit der Person. es ist einfach so komplett, ich denke mir immer wieder, die Leute müssen wir warnen davon. Es ist maximal 10% von der Persönlichkeit. Ja. Maximal. So ein Long Distance Ding ist einfach, das ist so ein Risiko. Aber meine Lieblings dort sind die, wo es gar nicht gibt, die Catfish. Ah, Catfish, ja. Ja, ja. Also es ist ja eigentlich immer, es ist ja eigentlich immer ein Catfish, auch wenn du das richtige Foto liest. Du tust ja immer, du sagst ja nicht, äh, am Morgen bin ich und... Ich bin super scheisse drauf. Fuck, hasse ich wieder alles. Es ist wirklich, auch die ersten paar Monate tust du ja die andere Person auch in einer normalen Beziehung catfischen. Es ist wirklich so, klar, du kannst nicht feigen, wie du riechst, wie du wirkst, wie du dich bewegst. Ja. Das kannst du nicht feigen, aber du bist, du reisstst dir ja sowas von am Riemen die ersten paar Monate, bis du, ja, bis du einfach normal bist, bis du nicht mehr die ganze Zeit im Griff hast, bis dir die Sprüche rutschen. bist du... Aber, äh, kannst du mal schnell googeln? Äh, mir nimmt es wunder, irgendwie, so eine Statistik, wie viele, wie viele Beziehungen Arbeitsplatz, weil das ist ja früher, ich glaube, irgendwie so, 90 Prozent, also ich kenne 70 Prozent, heisst es einmal, aber ich glaube, 70? Am Arbeitsplatz? Früher ist es so hoch gesehen, nein, weil lustigerweise eben genau dort der Effekt eigentlich ist, dass sich Menschen halt einfach kennenlernen, wie sie plus minus sind. Wie sie sind. Natürlich bist du im Arbeitsumfeld nochmal ein bisschen andere Version von dir, als vielleicht zuhause auf der Couch. Klar. Aber irgendwann hat jemand mal einen Scheisstag und kann es nicht verstecken. Und man wird ja attraktiver, je öfter man jemanden sieht, je mehr, dass man jemanden mag. Und irgendwie, ich glaube, ist das für viele Leute heute einfach immer noch brutal schwierig, wie man das denn sonst irgendwie herstellt. Jetzt, wo alle im Homeoffice sind. Da siehst du, das ist viel weniger geworden. Ja, jetzt im Homeoffice, wie machst du das? Nein, aber darum ist ja, wie du sagst, dass sich Zeit lassen und dass man dann eben so eine emotionale Bindung aufbauen, das machen viele Leute einfach nicht mehr. Und das ist ja auch so ein bisschen, mein Gott, ich bin vor, ich weiss nicht wie viele Jahre, vor 15 Jahren oder so, bin ich mal ein Schauspielkollegen besuchen, der in London gelebt hat. Und dort ist Tinder voll sein Ding gewesen. Das ist irgendwie gerade frisch aufgekommen. Also ich bin nur am Tinder und so. Und dort ist schon das Kriterium gewesen, nur, nur 20 Minuten Commute maximal zu dieser Person. Ja. In London. Ja. Weil alles andere wäre zu weit. Weisst du, wenn wir 20 Minuten voneinander entfernt wohnen, das schaffen wir noch und sonst nicht. Und das sind ja schon so viele Auflagen, die du dir gibst. Ja. Ja. Und auch im Wissen, keine Ahnung, du hast noch 30 weitere Matches, wo du irgendein Bullshit schon geschrieben hast. Ja, wenn es jetzt mit dieser Person nicht klappt, ist es dann halt vielleicht mit dieser. Und so. Dass du gar nicht mehr festlegst, dann hat es, wie hat es das geheissen? Mingels? Oder irgendwie so. Ich weiss nicht, wie es das geheissen hat. wo Leute gesagt haben, man ist ja quasi, man ist nicht zusammen, aber man ist… Situationships. So heisst es, glaube ich, heutzutage. Man ist aber irgendwie trotzdem exklusiv. Ah, du bist nicht in einer Beziehung, aber du hast nichts mit jemand anderem. Das habe ich schon mega oft gehört. Was ist das denn? Ah. Weisst? Ja, voll. Das ist dann einfach so nicht ganz. Du bist noch am Daten. Ich will mich nicht ganz festlegen. Aber das verstand ich. also ich finde, das ist jetzt einfach meine persönliche Meinung. Ja. Ich finde, wenn du Interesse an jemandem hast, dann finde ich es blöd, wenn du noch mit anderen Leuten etwas hast oder Kontakt hast. Weil ich finde, für mich ist das meine persönliche Meinung. Konzentrier dich auf eine Person. Ja. Schau, ob es etwas wird und sonst kannst du ja andere Leute daten und so. Genau, aber das sollte ja wie organisch passieren. Also da gehen die Meinungen mega auseinander. Okay. Ich habe viele Kolleginnen, die sagen, ja nein, also man ist ja noch nicht exklusiv. Er darf ja noch andere daten oder er darf mit anderen schreiben. Das ist ja wie so. Aber ich finde, also für mich… Aber dann wird die emotionale Connection sehr, sehr schwierig. Aber das ist im Moment… Also das ist im Moment auf jeden Fall mega verbreitet, dass bis man exklusiv ist, darf man andere daten, mit anderen etwas haben, mit anderen schreiben. Aber exklusiv sein heisst ja eigentlich schon, ob wir sind zusammen. Ja, eben. Aber es geht ja wie denn… Darum gibt es die Phase von wir haben nichts mit anderen. Wir sind committed uns kennenzulernen, aber wir sind noch nicht so weit zu sagen. Ja, wir sind offiziell in einer Beziehung quasi. Also, ich bin auf jeden Fall fucking froh, dass ich nicht… Dass du jetzt nicht am daten bist? Dass ich nicht in dem ganzen Ding bin. Ja, irgendwie… Ach, keine Ahnung. Also, und zwar aus zwei Gründen. Einerseits, weil ich mega happy bin. Ja. Und andererseits, weil ich einfach das nicht will. Also weisst du, es ist gerade doppelt. Es ist gerade doppelt gut. Voll. Also ja, wenn ich… Ja, das ist so lustig. Ich habe einen Freundeskreis, wo alle geheiraten sind mit Kindern. Und einen Freundeskreis, wo wirklich praktisch alle Single sind und am daten. Auf Tinder oder Bumble oder weissgott was für Geschichten. Und irgendwann leeren sich die zwei. Ja, irgendwann lassen sich alle noch scheiden und sind wieder Single und die anderen. Ähm, und… Ah, ich weiss es. Ach, ich denke mir irgendwie… Klar, wenn du in einer Beziehung bist, ist es einfach zu sagen, ich bin gottenfroh, muss ich nicht daten, bla bla bla. Aber… Ja, ist irgendwie auch cool, dass du die Pool kannst erweitern, so mit den Online-Sachen. Ich komme jetzt von einer Generation, wo das gar nicht einen negativen Kontext hat. Ich weiss, so meine Tanten, Onkel und so, die haben eher so eine negative, ähm, Ansicht, was Tinder und so anbelangt. Aber ich habe das Gefühl, ich sehe das eher als etwas Positives. Du kannst Leute kennenlernen, die du nie in Verbindung wirst kommen. Ja. Mit ihnen, die wirklich eigentlich eine gute Ergänzung wären für dich, aber nicht in den gleichen Kreisen, nicht in den gleichen Musik hören, nicht in den gleichen Sportarten machen. Und darum finde ich es eigentlich mega cool, dass es das gibt. Ja. Hat natürlich auch negative Seiten, dass du wirklich einfach so, next, 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 next. Dass so einfach, die Leute sind wie so ein bisschen austauschbar. Also, gell, ich will es überhaupt nicht, äh, vertiefeln oder so. Ich glaube einfach, wie mit vielen Sachen ist so, du… Ich weiss ja nicht einmal, was der ursprüngliche Gedanke gesehen ist, von Tinder zum Beispiel. Aber, ich glaube, oft ist der ursprüngliche Gedanke nicht mehr das, was der Realität entspricht, so, oder? Also, ich glaube, die ersten… Entschuldigung. Ja. Die ersten paar Seiten sind… Sorry, hast du noch die Satze fertig machen? Nein, ich glaube, mittlerweile gibt es so viele Abspaltungen, irgendwie… Das höre ich immer bei Shows, weil es ist, wenn irgendwie dann so, äh, beim Crowdwork irgendwie, ah, wir haben euch kennengelernt, Dating-Plattform, äh, bla, bla. Ja. Dann kommt es, und dann wird immer irgendwie so unterschieden, irgendwie die eine, äh, Dating-Plattform ist eigentlich die Bums-Plattform. Mhm. Dann gibt es eine, wo… Was ist… Die Frau muss zuerst schreiben… Das ist Bumble, genau. Also, all das Zeugs, oder? Ich glaube, dort sind es schon wie Abspaltungen, und gleich ist es am Schluss wahrscheinlich more of the same, oder? Ja. Das heißt, wenn… Wenn jemand die Intention hat, kann sie genauso gut auf die Plattform… Ich glaube, ich habe auch das Gefühl. …wie jemand, der die Intention nicht hat. Ich glaube auch. Also… Ich glaube, ursprünglich sind die Internet-Geschichten gewesen, Matchmaker.com und so, das sind, glaube ich, die, ein von den Ersten gewesen, wo du wie spezifisch etwas hast suchen, in einem gewissen Alter… Ja, ja, ja. Mit gewissen… Ja, ich meine, der Schädler hat mir mal eine Doku weitergeleitet von einem aus den 90ern, der Heiratsvermittler. Mhm. Schau das! Oh mein Gott. Wir sind nur noch am Fernsehen, nur in den nächsten Wochen. Nein, aber wirklich… Das ist… Kannst du das schon mal suchen? Der Heiratsvermittler. Ich glaube, die WDR-Doku war. Was für ein Charakter. Ich muss mir nachher drauf hören, ich weiss. Aber, äh… Ich liebe so Dating-Geschichten. Ich fieber auch viel zu emotional mit. Ich habe dann Gänsehaut und kann brillen, wenn es nicht funktioniert. Hier. Menschenhaut nahe der Heiratsvermittler. Das zum Beispiel ARD-Mediathek. Das gibt es aber auf YouTube. Dieser Typ. Der! Sieht ja schon aus als aber… Was für eine sensationelle Doku. Ist er ein guter Typ? Spuhl mal schnell rein. Du musst einfach schon nur die Zeit… Schau mal. Das ist ein Schweizer. Schweizerpilot. Swisspilot. Und er sucht einen. Oder Swissair damals noch. Wow! Was für ein… Und er ist so ein richtiger Verkäufer und sagt, ich habe die höllsten Leute. Und das wäre zum Beispiel diese Frau. I love it! Und darum, das gibt es ja auch schon als Oldestheimer. Ja, ja. So geil. Und das ist der… Ich weiss auch nicht, wie man es geheißen hat. Aber irgendein Reto oder Beat. Und er ist ein Pilot. Und er… Ich glaube, es zügt doch davon, dass… Also, dass diese Webseiten so mega Erfolg haben. Ob es jetzt äh… Ficky-ficky Webseiten sind, wo Leute fremdgehen wollen. Oder es gibt doch so Ashley Madison. Es gibt auch eine Doku über das. Leute, die fremdgehen wollen. Oder dann Leute, die One-Night-Stands wollen. Oder Leute, die Beziehungen wollen. Die Menschen brauchen irgendwie… Hilfe, glaube ich. Es ist irgendwie… Ob es jetzt Homeoffice ist, oder irgendwie sonst etwas. Ich glaube… Das schliesst ja den Kreis. Was? Zu was wir gesagt haben. Man kann nicht alles selber. Ja, ja. Voll. Natürlich, das ist genau so etwas, wo die Leute eben mega gerne, wie man Verantwortung abgeben wollen. Sie wollen nicht dafür verantwortlich sein, dass sie entweder eine scheisse Beziehung haben, oder dass sie jemand Blöds daten, oder all das Zeugs… Ist auch nochmal einfacher zu sagen, es ist nicht ganz in meiner Hand. Weisst du, wie ich meine? Aber meinst du? Weil ich habe das Gefühl eher, dass die Leute das selber in die Hand nehmen, weil sie nicht mehr… Weil es wie eben… Vielleicht du getraust dich nicht mehr, bei der Arbeit anzumachen, oder du… Keine Ahnung. Irgendwie… Ich habe eh das Gefühl, es ist wie, du nimmst es selber in die Hand, dass du nicht… Du wartest nicht darauf, bis jemand zu dir kommt. Mhm. Du gehst selber schauen, was dir gefällt. Ja. Was ja eigentlich auch bei vielen Frauen darum eben bambelt, Frau muss den ersten Schritt machen, du darfst oder kannst nur jemanden kontaktieren, wenn die Frau dich kontaktiert hat, oder dich toll findet. Ja. Das ist ja… Das ist ja einfach… Ein… Kleiner… Was will man sagen? Das ist ja ein kleiner Hack für… Am Schluss wahrscheinlich das gleiche Ergebnis. Mhm. Wenn… Wenn… Ich will es überhaupt nicht vertiefeln oder so. Ich bin einfach froh, bin ich nicht Teil davon. Das scheint das Einzige. Also… Es gibt wahrscheinlich im echten Leben genauso viele… Creeps oder… Wie auf… Ach das sicher. Natürlich. Es ist ja… Aber du kannst ja auch auf diesen Webseiten sagen, ich suche nur Spass, oder ich suche nur etwas Seriöses, oder offen für alles, oder sonst irgendetwas. Ich habe schon das Gefühl, dass das unterdessen schon sehr weit entwickelt ist für die Bedürfnisse, die die Leute haben. Hey, ich bin wahrscheinlich einfach schon ein Boomer. Mir ist das einfach schon zu… Ja. Zufall. Also… Ja. Eben genau. Ich glaube, da gehen einige mega auseinander. Und ich glaube, das ist ein mega Generationending. Obwohl wir ja jetzt nicht so in verschiedenen Generationen sind. Aber… In meinem Freundeskreis ist das voll nichts Negatives. Alle, die Single sind, sind eigentlich auf so Plattformen, ausser sie haben irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht oder so. Dann… Was ich ganz gut gefunden habe, ist, dass jemand mal im Umfeld… zwei, die in einer Beziehung sind, und er ist einfach immer noch auf Tinder. Das habe ich auch sehr weird gefunden. Und er ist auf Tinder, warum? Das ist eben… So ein bisschen… Und sie weiss das? Ja. Und sie ist so ein bisschen… Ja, weisst du, es ist wie halt… Weisst du auch nicht… Es ist wie ein… Wie ein… Wie ein Game. Nein. Also dort… Das kaufe ich jetzt nicht ab. Ich habe das Gefühl, die sind… No way. Die sind doch irgendwie auf der Suche nach einem Attrei oder so. Und sie haben es nicht zugegeben. No. No. Wie suchst du denn A? Das geht ja… Egal. Ja. Er sucht eine Frau und dann sagt, hey… Nein. Also das akzeptiert niemand. Wenn du in einer Beziehung bist und dein Freund oder deine Freundin oder dein Partner ist… Ich sage ja, es ist weird. Ich sage ja, es ist weird. Okay. Also da hätte ich gerne jetzt Leute, die das wirklich machen, die sich melden und sagen… Ja… Nein, das… Also da… Da ist etwas dahinter. Da ist irgendein Fetisch dahinter. Natürlich ist etwas dahinter. Darum sage ja. Oder sie… Sie finden das toll oder… Oder meinst du, sie ist ein Pushover und lässt das einfach mit sich machen? Freundin? Nein. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Scheisse, wenn ich so eine App auf dem… Auf dem… Mir ist im Fall so eine Scheisse passiert. Sorry. Müssen wir aufhören, gell? Aber mir ist so etwas passiert. Ich bin… In meiner Single-Zeit habe ich mal das App Raya runtergeladen. Kennst du Raya? Schon gehört. Das ist auch so eine Dating-Plattform, wo du aber wie eingeladen werden musst oder so. Und ich habe es mal runtergeladen. Ich glaube, Trevor Noah ist mal auf dem gesehen. Kann das sein? Ja, ich wollte Trevor Noah kennenlernen. Ja. Ja. Auf jeden Fall ist es so, wenn du ein bisschen im öffentlichen Leben stehst, dass du quasi… Wenn du auf Tinder bist, dann tun die Leute ja Screenshoten und laden sie irgendwie… Ja, aber genau. Das ist quasi das etwas elitärere, exklusivere… Genau. Dass du wie unter Leuten bist, die auch in der Öffentlichkeit sind. Und ich habe das mal runtergeladen. Mein Ex-Freund hat mir eine Einladung geschickt, weil er einfach gesagt hat, ja mega cool, komm da drauf. Nicht, weil er mich da drauf wollte, sondern weil er das mit mir geteilt hat. Und dann habe ich mich angemeldet und dann wartest du irgendwie, bis du angenommen wirst. Mhm. Und ich habe das völlig vergessen, habe einen Freund gehabt und habe das App mit 100'000 anderen Apps auf meinem Nadel gehabt. Ich habe irgendwie nie Apps gelöscht. Ja. Und dann mein Freund so, was ist das für eine App da drauf? Und ich so, was für eine App? Und dann so, ja die Dating-App. Ich so, was für eine App? Und ich so, meinst du das Maps, das ist keine Dating-App? Also nein Leila, das Dating-App. Und ich habe wirklich im Nachhinein, als ob ich mich dumm gestellt hätte. Ich habe wirklich nicht gewusst, worauf er spricht. Und dann klickt er drauf und ich so, oh no, ich habe das App noch drauf. Scheisse. Und er so, ja nein, ich bin da nicht. Klickt drauf, geh geh schauen. Und dann so, shit, löscht es. Ich weiss nicht mal, ob es mir glaubt hat, dass... Aber es ist wirklich... Ich finde, das wäre ja schrecklich, wenn du in einer Beziehung bist und du bist noch auf einer Dating-App. Ich sage ja, ich habe es auch weird gefunden, als ich das gehört habe. Eieiei. 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 Ich würde sagen, Zeit mit anderen Comedians verbringen. Wirklich? Ja, ja, ich liebe das. Ja. Das finde ich ganz schön. Ja. Ja. Also auch einfach so Podcast. Ich meine, ich habe nicht vergessen, dass wir das aufnehmen. Nein, das finde ich mega schön. Ja. Ja, Zeit mit anderen Comedians verbringen. Comedians sind irgendwie ein bisschen spezielle Personen. Das ist so. Spezifisch bei Shows oder einfach so ein Hangout. Weil ich finde es immer noch lustig, dass man sich so oft sieht, wie wenig Leute dann gleich auch noch privat abhängen. Aber das ist halt eben wahrscheinlich wie auch in einem Büro. Ich bin im Büro, ja, voll. Ja, vielleicht trinkst du mal noch ein Feuropenbier oder irgend sowas. Ja. Und in der Comedy braucht es dann nochmal einen Extraschritt, dass man dann auch privat findet. Also komm mal, ich weiss doch auch nicht, das Mittagessen oder irgendeine Ausflug. Keine Ahnung. Abmachen. Du tust das auch manchmal gut machen bei deinen Shows, wenn du eben vorher noch zum Nachtessen einladest und so. Das finde ich cool. Das gehört für mich auch dazu. Für mich braucht es wie auch Arbeit dabei, weil eben viele Comedians wohnen dann in Zürich und dann muss ich eine Stunde fahren. Ja. Ich habe sonst schon irgendwie für meine Kindheitskolleginnen wenig Zeit. Ja. Und ich glaube, wenn es wie arbeiten ist, aber trotzdem cool, privat auch ist, dann ist es für mich best-case-Szenario. Dann habe ich das Gefühl, ich habe gearbeitet, ich habe etwas Produktives gemacht und trotzdem ist es toll gewesen. Ja. Ja. Nein. Ich bin so, oh. Es ist aber lustig, weil mit der Zeit gibt es dann halt Leute, wo du gar nicht mehr sehen könntest. Ja. Ja. Weil einfach die Wege so auseinander sind in der Szene, mit irgendwie halt, man spielt nur noch Solo und die Person spielt auch nur noch Solo. Ja. Dann machst du mal so einen Roundup-Zmittag oder was weiss ich. Ja. 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 haben das selber in die Hand genommen und haben das dann selber organisiert. Und das war dann sehr willkommen. Ich weiss aber von anderen, die auch schon solche Dinge organisieren wollten. Es ist dann eben genau das. Es ist so, ja, aber das ist mein freier Abend. Ich tue nicht auftreten. Eben genau, jetzt ist das. Und, oh Gott, wer kommt sonst noch? Ich würde wahrscheinlich auch stellen. Und die haben das dann probiert und dann hat es nicht funktioniert. Und das ist dann auch so ein bisschen sad. Weil eben dann hast du mal jemanden, der es probiert und es klappt nicht. Aber du, das habe ich schon gehört, nur mit einem Teamessen. Also weisst du, wenn ich so finde, hey, alle Menschen, die mir irgendwie geholfen haben, ich habe mal sehr lange probiert, einen Saisonabschluss essen zu machen. Oh no! Alle so, wir sind froh, die Saison ist vorbei daran, wenn wir essen. Also, ja, vielleicht auch nicht. Okay. Doch, irgendwie fände ich das jetzt cool, wenn wir das organisieren würden. Schon wirklich keine Lust drauf. Aber jetzt hätte ich Lust drauf. Oh Gott, im Dezember würde ich hochschwanger sein. Vielleicht auch später. Mal schauen. Nein, aber das fände ich eigentlich schon noch cool. Wenn wir es organisieren würden, könnten wir es so planen, dass es in Basel wäre. Dann könnten wir nämlich einfach... Weisst du, wie viel dann absagen, wie es in Basel ist? Ja, voll. Ich glaube, es ist ein nobeles Vorhaben, aber die Realität... Ja, ich glaube, die Leute haben halt einfach ab einem gewissen Alter ein bisschen Privatleben. Und dann ist einfach alles, was Freizeit ist, heilig und das ist auch absolut okay. Ich merke es ja jetzt schon, wenn ich so finde, das müsste jetzt auch noch sein. Ja, voll. Und dann ist es schön, dass wir es verbinden können. Wir haben eine Show. Wir haben bald eine Show zusammen. Yes. Komme ich nicht die Solo-Gore eröffnen? Ich glaube sogar zweimal. Ich glaube sogar dreimal. Ja. Ich glaube, es ist schon zweimal. Zweimal hintereinander sicher. Ducke. Wann ist es? Ducke? Oder? Ducke, Winterthur. Hey, ich schreibe mir die Ortschaften nie auf. Aber wann ist es? Im Oktober? Ich meine die 25. Ah, doch, genau. 25, 26. 26. Und 31. Geil. 31. auch, oder? Uh, 31. Casinotheater Winterthur. Yes. Läuft bei dir? Bam. Like it. Cool. Dann gehen wir essen. Das ist ziemlich genau dann, wenn auch deine Sendung kommt. Ja. Ja. Man kommt eigentlich das raus. Das kommt am Freitag raus. Dieser? Ja. Dieser Freitag? Yes. Okay. Alright. Yes. Vielen Dank, du bist hier gewesen. Das haben wir eine lange Folge gemacht. Danke. Aber sehr, sehr Spass gemacht. Danke. Weiterhin, was wünscht man bei Schwangerschaft? Einen guten Verlauf? Ähm, ja. Möglichst kein Dammriss. Keine Ahnung. Okay. Ich weiss es nicht. Nein, also. Alles Gute. Ich weiss es nicht. Und viel Erfolg mit der Sendung. Aber wir sehen uns eh noch auf Tour. Ja. Yes. Cool. Danke Christoph und bis bald. Peace. Tschüss. Tschüss. Das war ja auch aufsend, der ist mir gespürt. Es auch mal überse centuryisch. Die? Und wieder auf. Vielen Dank.